Wo etwas ganz Besonderes passiert ist und du dir das dann gemerkt hast, was weiß ich, im Matheunterricht. Wenn ich rausgeschmissen wurde, im Matheunterricht. Bei Herrn, war das Herr, also ich weiß, ein Herr Thiede ist bei euch in Maltin am Gymnasium gewesen und eine Frau Klein war Mathelehrerin. Frau Klein war meine Klassenlehrerin. Siehst du? Und die hat dich rausgeschmissen? Ja, ja, öfter. Oh. Aber zu Recht natürlich. Ja. Grüße. Also immer, wenn ich linke PolitikerInnen bei mir in der Sendung habe, gibt es immer ein Problem, wenn es um Unrechtsstaat, Unrechtsregime, DDR geht. Wie ist das bei dir? Hast du damit ein Problem? Naja, um einen Unrechtsstaat zu definieren, braucht es ja keine DDR. Das ist ja ganz schnell definiert. Die DDR war ein Staat, in dem Unrecht geschehen ist. Also ein Unrechtsstaat. Nein. Warum habe ich in eurem Wahlprogramm das Wort Windkraft, Windenergie nicht gefunden? Das glaube ich nicht. Doch. Hast du nicht gefunden? Habe ich, die 82 Seiten habe ich durchgesucht. Sind das nicht nur 79 Seiten? Das Einzige, was ich gefunden habe, ist der Satz, Ausweisung von Windeignungsgebieten sollen schnellstens abgeschlossen werden, ohne Beteiligung der Öffentlichkeit einzuschränken. Ja. Das ist der einzige Satz zu Wind. Also wir haben das auch sogar als einen Schwerpunkt Klima und Umwelt und erneuerbare Energien in unserem Landtagswahlprogramm jetzt und deswegen weiß ich gar nicht, dass du das nicht gefunden hast. Ich weiß es ganz genau. Ja, ich weiß es genau. Also wir haben natürlich... Ich weiß auch genau, dass das Wort Nord Stream 2 nicht auftaucht oder Erdgas. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind nicht im Studio, wir sind nicht in Berlin. Wir sind wo? In Schwerin. Und wo genau? Ja, in den Räumen der Linksfraktion in der Puschkinstraße und wir sind im Bertolt-Krechtraum. Und wer bist du? Ja, ich bin, liebe Oma von Thilo, ich bin nicht die Manuela Schwesig, ich bin Simone Oldenburg. Ich bin die Kandidatin der Linken für die Landtagswahl, aber ich wette, dass ich mit deiner Oma mindestens genauso gut klarkomme, wie sie mit Manuela Schwesig. Ja, wir sind im schönsten Bundesland der Welt, in Mecklenburg-Vorpommern. Hier ist ja neben Berlin und der Bundestagswahl auch eine Wahl. Hier herrscht auch Demokratie und hier wird nach fünf oder vier Jahren wieder gewählt. Nach fünf Jahren wird gewählt. Und du willst in die Regierung, du willst Ministerpräsidentin werden, was willst du werden? Ach, erst mal möchte ich, dass das Leben für die Menschen hier in Mecklenburg-Vorpommern besser wird. Und das können wir in der Opposition und das können wir in der Regierung machen. Beides ist möglich. Wir waren die letzten 15 Jahre in der Opposition und konnten ja trotzdem ein bisschen das Land sozialer gestalten. Also es geht darum, für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ein besseres Leben zu bekommen. Das geht nur mit uns Linken und so viel Vertrauen, wie man uns gibt, werden wir sehen, ob wir dann regieren oder in der Opposition weiter sind. Wir wollen herausfinden mit dir und allen anderen SpitzenkandidatInnen in Mecklenburg-Vorpommern, ob man dir vertrauen kann, ob du glaubwürdige Politik machst, so wie alle anderen. Und du hast vielleicht das Glück oder das Pech, jetzt die Erste in unserer Reihe zu sein. Manuela Schwesig kommt auch, Leute, keine Sorge. Was das mit meiner Oma zu tun hat, werden wir dann mit Manu selbst besprechen. Simone, willst du jetzt Ministerpräsidentin werden oder einfach nur in die Regierung kommen? Was war jetzt der Plan? Nein, wir sind ja, also ich möchte keine Ministerpräsidentin. Willst du Manuela Schwesig ablösen? Ich weiß nicht, ob das gelingt, bezweifle ich, aber wir möchten natürlich eine Politik machen für Mecklenburg-Vorpommern und wir sind natürlich auch nicht abgeneigt zu regieren. Aber Ministerpräsidentin, weit gefehlt. Du könntest ja die Mehrheit bekommen, oder? Ja, wir sind aber realistisch. Wir haben vor fünf Jahren einen ziemlichen Tiefpunkt gehabt bei uns in den Werten und waren dort bei 13 Prozent, sind von 18 Prozent auf 13 Prozent gesunken und haben jetzt auch uns dann erst einmal die ersten Jahre finden müssen, neu aufstellen müssen und kommen jetzt so zu den 15 Prozent und das ist aber mühsam, mühsam erarbeitet und ist aber eine solide Basis für eine Veränderung in Mecklenburg-Vorpommern. Bist du Parteichefin? Nein, ich bin die Fraktionschefin, ich bin nicht die Parteichefin. Warum nicht? Ja, weil da zwei, wir haben eine Doppelspitze und die machen das gut und da denke ich, da sollten das auch dann Wenke und Thorsten weitermachen. Und ich bin die Fraktionschefin in den letzten fünf Jahren gewesen von der Linksfraktion. Ja, das war ein sehr anstrengender, aber auch ein sehr guter Job. Warum ist Wenke und Thorsten nicht Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin und du? Ja, weil wir das einfach nicht miteinander gekoppelt haben, weil ich dann aufgestellt worden bin von der Gesamtmitgliederversammlung. Wie eine Basisabstimmung gemacht? Ganz genau und die beiden auch gar nicht für den Platz kandidiert haben. Also ich wurde auf dem ersten Listenplatz vorgeschlagen und bin gewählt worden. Hattest du eine Konkurrenz? Nein. Du bist konkurrenzlos Spitzenkandidatin geworden? Bin konkurrenzlos Spitzenkandidatin geworden. Weil du so gut bist oder weil sich kein anderer gefunden hat, der gegen dich antritt? Nein, ich denke, dass wir in den letzten, ich bin seit zehn Jahren im Landtag und war fünf Jahre die bildungspolitische Sprecherin und die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und bin jetzt seit fünf Jahren die Fraktionsvorsitzende und weiterhin bildungspolitische Sprecherin der Fraktion, was ich auch sehr, sehr gerne mache. Und damit haben wir gute Erfolge erzielt mit der Bildungspolitik der Linken. Und deswegen hat man mich vorgeschlagen, Spitzenkandidatin zu werden. Bevor wir zu der linken Politik und euren Vorstellungen kommen für das Land, kommen wir mal zu dir. Kommst du aus Mecklenburg? Ja, ich glaube, das hört man auch. Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin in Wismar geboren worden. Ich bin nur… Noch in der DDR-Zeit, oder? Na gerade so, ja, 1969 bin ich geboren worden in Wismar. Gerade so, dann hast du aber noch 21 Jahre erlebt. Bin in Wismar dann zur Schule gegangen, habe eine wunderbare Kindheit und Jugend verbracht und bin zum Studium nach Leipzig gegangen. Nicht so schnell, warst du an der Schule, so FDJ und alles? Ja, natürlich, FDJ, also Thiermann-Pionier, Jungpionier, FDJ, dann das alles. Waren deine Eltern so überzeugte Sozialisten oder Regime-Anhänger? Wie bist du aufgewachsen? Wurdest du geschult zu Hause? Nein, ich bin sehr… Also ich habe eine sehr schöne Familie und eine sehr schöne Kindheit gehabt. Meine Großeltern waren Verfolgte des Naziregimes und Widerstandskämpfer und so bin ich groß geworden. Das ist auch mein Weg in die Linke. Also mein Opa, den ich nie kennengelernt habe, der war der Vorsitzende der KPD. In Nordwest-Mecklenburg, in dem Raum, wo wir leben, hat dann auch die SED mitgegründet, war dann der Vorsitzende. Und meine Oma und er haben… Mein Opa war SED-Vorsitzende? Also noch vor Honegger oder was? Nein, nur bei uns im Raum, also in der Region. Ja, auch vor Honegger aber. Und ja, so bin ich aufgewachsen mit dem Wissen eben auch, dass meine Großeltern, meine Oma habe ich kennengelernt und war auch… Also die ist 1987 gestorben, habe da mit ihr eine sehr schöne Kindheit verbracht, weil sie auch immer für uns da war. Und die haben eben jedes Flugblatt, was zur Zeit des Faschismus in Wismar und Umgebung gedruckt worden ist, haben meine Großeltern gedruckt. Und ja, mit diesem Wissen, mit diesem Kampf, den sie erlebt haben und mit den Erzählungen, mit denen bin ich groß geworden. Und das hat mich natürlich geprägt. Also man musste jetzt nicht irgendwo einwirken, sondern es war einfach das gemeinsame Leben und die gemeinsamen Gespräche, die für mich dann den Weg gezeigt haben. Deine Familie kam aus der Zeit des NS-Widerstands. Waren Sie auch Widerstandskämpfler im SED-Regime in der DDR? Meine Großeltern. Oder deine Eltern oder deine Familie? Nein, nein. Da waren Sie Anhänger des Regimes? Ja. Also meine Oma war sehr kritisch, weil sie ja nur noch genau wusste, was sie wollten und was sie nicht wollten. Und sie war mit einigem wirklich nicht einverstanden, obwohl sie eine ganz überzeugte Genossin war, aber genau ihre Ehrlichkeit. Und hat mich überzeugt, hat mich wirklich geprägt. Also es gibt ja Gründe, warum ich in die Linke eingetreten bin und das ist eben die Friedenspartei und das ist der Antifaschismus. Also das ist etwas, was für mich ganz wichtig ist bis heute und was dominierend ist. Aber bist du auch in die SED eingetreten? Nein. Warum nicht? Ich bin erst Mitglied der PDS geworden. Warum? Du warst ja alt genug, dass du auch in die SED eintreten kannst. Ja, aber das war für mich etwas, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wollte. Also ich hatte auch dann, als ich dann Kandidatin wurde, hatte ich dann auch ein Parteiverfahren. Also ich war und bin bis heute ein kritischer Geist und bin dann in die PDS eingetreten. Als alle anderen, die gerne in die SED eingetreten sind, weil es ihnen vielleicht Vorteile gebracht hat, ausgetreten sind, dann bin ich eingetreten. Aber bist du aus ideologischen Gründen nicht der SED beigetreten oder hat es dann am Ende keinen Sinn mehr gemacht? Ich bin ja nicht in die SED eingetreten. Ja, aber warum? Weil ich für mich, wollte ich das zu dem Zeitpunkt mit 18 und 19 Jahren und nur darum reden wir, wollte ich nicht Mitglied der Partei werden. Wann hast du gemerkt als Kind, dass du in der Diktatur lebst? Ich habe eine sehr schöne und eine sehr glückliche Kindheit gehabt und kann nicht davon reden, dass ich gespürt habe, dass ich in einer Diktatur gelebt habe. Ja, aber wurde es vielleicht irgendwann mal aufgeklärt in der Schule oder hast du gemerkt, dass du nicht aus deinem eigenen Land gehen oder reisen kannst? Ja, das hat man natürlich gemerkt, aber das haben wir nicht in Verbindung, ich nicht in Verbindung mit einer Diktatur gebracht, sondern da bin ich so für mich groß geworden, dass ich gesagt habe, das ist so. Ich habe es nicht hinterfragt, da war ich 16 Jahre alt, 17 Jahre alt, da würde ich mich jetzt zu irgendeinem Widerstandskämpfer machen, der ich nicht gewesen bin. Ja, man kann ja irgendwie realisieren, man lebt in der Diktatur ohne jetzt gleich in den Widerstand zu gehen. Nein, nein, das habe ich wirklich nicht realisiert. Wann hast du das realisiert? Während des Studiums und da, wenn du dann aus der kleinen Welt, aus der geborgenen Welt hinausgehst in die etwas größere, dann wirst du damit konfrontiert und dann kannst du das auch einschätzen und da war es dann für mich klar. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir als Partei immer wieder die Aufarbeitung, dass die nicht abgeschlossen ist, sondern dass wir, glaube ich, die Partei sind, die am meisten sich mit ihrer Vergangenheit beschäftigt und ja. Also immer, wenn ich linke PolitikerInnen bei mir in der Sendung habe, gibt es immer ein Problem, wenn es um Unrechtsstaat, Unrechtsregime, DDR geht. Wie ist das bei dir? Hast du damit ein Problem? Naja, um einen Unrechtsstaat zu definieren, braucht es ja keine DDR. Das ist ja ganz schnell definiert. Die DDR war ein Staat, in dem Unrecht geschehen ist. Also ein Unrechtsstaat? Nein. Was ist das Unterschied? Man würde ja auch vielen Menschen jetzt von Kopf stoßen, die die DDR mit aufgebaut haben, die in der DDR gelebt haben. In der DDR ist Unrecht geschehen, aber die DDR war kein Unrechtsstaat. Aber wenn man irgendwas aufbaut und auch vielleicht ein schönes Leben hatte, es widerspricht sich ja nicht mit dem Prinzip eines Unrechtsstaates. Ja, aber aus meiner Sicht war die DDR kein Unrechtsstaat. Aber eine Diktatur? Sie war eine Arbeiter- und Bauern-Diktatur, ja, natürlich. Aber eine Diktatur. Das trug sie ja auch im Namen mit sich herum. Also das war ja die Diktatur des Proletariats. Aber es war tatsächlich nicht so besetzt, wie es jetzt der Ursprung des Wortes ist. Also ich glaube, dass man bei der Diktatur des Proletariats, was ja gewesen ist, dass man da gar nicht so in die kritische Position gegangen ist. Aber es war ja eine SED-Diktatur. Ja, es war eine... Und die Diktatur, dachte ich immer, ist an sich Unrecht. Das ist für dich nicht. Es ist einfach ein Staat, in dem Unrecht geschehen ist durch die Diktatur. Aber es war kein Unrechtsstaat. Da bin ich zu naive. Ich verstehe das jetzt nicht wirklich. Du bist eine Lehrerin. Du musst es mir doch irgendwie erklären können, oder? Ja, das ist ja das, was ich dir erklärt habe. Unrecht ist geschehen und Unrecht passiert öfter und in anderen Staatsformen auch. In der BRD, in der Bundesrepublik Deutschland, jetzt passiert ja auch immer wieder Unrecht. Aber wir sind ja nicht kein Unrechtsstaat, wir sind ein Rechtsstaat. Genau. Und die DDR war auch kein Unrechtsstaat. Sie ist auch rechtmäßig gegründet worden. Sie war kein Unrechtsstaat. Es ist Unrecht geschehen, aber sie war kein Unrechtsstaat. Aber es war auch kein Rechtsstaat, richtig? Die DDR ist rechtmäßig gegründet. War es ein Rechtsstaat? Aus Sicht vieler war es ein Rechtsstaat. Aus Sicht von dir? War es ein Staat, in dem Unrecht geschehen ist, aber kein Unrechtsstaat. Und auch kein Rechtsstaat. Warum bist du jetzt so unklar? Ich bin nicht unklar. Aber was willst du hören? Du wirst von mir nicht hören, dass die DDR ein Unrechtsstaat gewesen ist. Die DDR war ein Staat, in dem Unrecht geschehen ist. Aber kein Rechtsstaat, aber eine Diktatur. Politiker und Politikerinnen von den Linken wüsste ich, glaube ich, könnte ich dir jetzt nicht benennen, die es anders ausdrücken als ich, oder? Geht ja jetzt nicht um andere, geht ja um dich. Dass du im Nachhinein auch gemerkt hast, dass du in der Diktatur gelebt hast und dann, na gut. Warst du eine gute Schülerin? Warst du regimetreu? Hast du Ärger bekommen? Ich habe keinen Ärger bekommen, nein. Ich weiß nicht. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich war eine gute Schülerin, ja. Aber ich habe eben auch meine Freizeit genossen. Also ich war jetzt nicht diejenige, die von morgens bis abends gelernt hat. Aber ich bin natürlich auch so ein bisschen geprägt. Meine Mutter war Lehrerin und meine Mutter war auch Schulleiterin. Also wenn ich es irgendwie gewollt hätte, Blödsinn zu machen, dann hätte sie es eher gewusst, als ich es überhaupt hätte tun können. Da musste ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht anecke, weil ich zu Hause natürlich auch keinen Ärger bekommen wollte. Aber ja, ich war... Wie alt warst du, als du die Mauer gefallen hast? 20, ne? Na, wenn ich 1969 geboren bin, dann war ich da 20 Jahre alt. Warst du mit auf der Straße und hast dieses Regime zu Fall gebracht? Ich habe in Leipzig in der Zeit studiert und in Leipzig hat ja... Montagsdemos, ja. Genau, waren ja die Montagsdemos. Und das ist ja eben auch etwas, dass wir dann nachher keine Vorlesungen mehr hatten am Montag, weil wir dann so um zehn irgendwie Feierabend gemacht haben. Und damit wir es in der Naht oder die Wohnung erreichen konnten, weil dann nachher ja gar nichts mehr ging in Leipzig. Wir waren mit bei den Demonstrationen. Also ich weiß auch, wie Wasserwerfer von Dichtum aussehen. Ich weiß auch, als ich aus meiner Hochschule rausgekommen bin und der Clara Zetkin Park voll mit Panzern gestanden hat, wie Panzer von Dichtum aussehen, das hat mich ganz, ganz negativ beeindruckt. Also da hatte ich Angst. Und natürlich auch im Wohnheim war es auch nicht einfach, weil ja auch bei den Montagsdemonstrationen gab es ja auch Ausschreitungen. Und die sind dann auch schon zu den Internaten der Studierenden. Und ja, also das war... Aber du warst Teil der Demos. Ja. Du warst gegen die SED-Diktatur demonstriert. Ja. Warum? Weil wir, also weil ich für mich gemerkt habe, wo die Grenzen dieses Systems sind und das eben Unrecht geschah. In Leipzig wurden ja auch die ersten Demonstranten, wurden ja wirklich weggesperrt, wurden in Schweineställe gesperrt. Und wir hatten ja auch Professoren und andere Hochschullehrer, die mitdemonstriert haben und die dann auch dann tatsächlich da für die Wahrheit gesorgt haben und mit uns darüber geredet haben. Und es wusste man ja schon Jahre vorher, dass das System gebröckelt hat und wie es denn natürlich zusammengehalten worden ist. Und das alles ergibt ja irgendwann ein Puzzleteil. Zum nächsten Puzzleteil ergibt es ja dann ein Ganzes und selbstverständlich haben wir, also für mich war es selbstverständlich, dass ich mit demonstriert habe. Und dann habt ihr das Regime zu Fall gebracht. War es auch dafür, dass es eine Wiedervereinigung gab? Naja, natürlich wollten wir, also zuerst würde ich sagen, ging es ja gar nicht um Wiedervereinigung, sondern das ist ja dann relativ zügig gekommen. Nein, ich war für eine andere, für eine demokratische DDR. Warum? Weil ich gerne in dem Land gelebt habe, aber das, was ich vorhin mit Unrecht bezeichnete und das Eingeengtsein und die Überwachung der eigenen Bevölkerung, weil das für mich die Grenzen waren, die wirklich gekippt werden mussten und ich wollte eine andere DDR. Das wollte ich mit 20 Jahren. Soll die DDR zum Rechtsstaat machen zum Beispiel? Die DDR war ja kein Unrechtsstaat, aber eine DDR mit mehr Rechten und mit weniger Unrecht, ja. In eurem Wahlprogramm heißt es, ihr wollt das Wirken der Treuhand auch nach mehr als 30 Jahren nach der Wende aufarbeiten. Warum? Naja, das haben wir ja gemerkt, dass wir dann der Ausverkauf waren. Wir waren der Ausverkauf des Ostens und wie viele Firmen sind für eine Mark über den Ladentisch gegangen. Das hat natürlich zu dieser großen, großen Arbeitslosigkeit geführt. Es war viel Unrecht, also wenn man sich anguckt, die meisten Firmen sind ja wirklich in den Westen verkauft worden. Und auch Mecklenburg-Vorpommern war eben die verlängerte Werkbank mit Niedriglöhnen. Das ist ja das Markenzeichen für Mecklenburg-Vorpommern bis heute, dass wir ein Niedriglohnland sind. Und da ist wirklich vieles passiert an Firmen, die verschachert worden sind. Natürlich war auch die Volkswirtschaft miserabel, aber es waren nicht alle Firmen miserabel. Und das war der Ausverkauf der DDR und das ist aus unserer Sicht und auch aus meiner Sicht bis heute nicht komplett aufgearbeitet worden. Kommen wir gleich zu einer wirtschaftlichen Vorstellung. Du hast in Leipzig dann weiter studiert, auch nach der Wende? Ja. Und war von Anfang an klar, dass du Lehramt machst, ja? Ja, konnte nicht aus meiner Haut. Warum nicht? Durftest du Mutti nicht sagen, ich will nicht Lehrerin werden in diesem Staat? Nein, ich kann dir sagen, ich hatte mal zwei Jahre einen anderen Berufswunsch, da wollte ich Puppendoktor werden. Und ich wollte auch nicht Puppendoktorin werden, sondern Puppendoktor. Ja, es gab, gibt es heute auch wieder, es gibt Menschen, die reparieren Puppen. Das heißt Puppendoktor? Und das heißt Puppendoktor. Das habe ich noch nie gehört. Ja, da ist die DDR-Sozialisierung mit Sandmännchen und Frau Puppendoktor Pille, die kam auch einmal die Woche und hat den Puppen dann Medizin verschrieben. Und das wollte ich gerne werden. Warum bist du es nicht geworden? Ja, es gab in Wismar eine. Das ist ein schöner Nischenberuf. Ja, ja, vielleicht werde ich das. Nach deiner Zeit, ja? Ja, nach meiner Zeit im Landtag kann ich, dass ich da nochmal dann zu den Wurzeln zurückkehre. Aber es gab in Wismar einen Puppendoktor und da habe ich gedacht, für zwei ist der Markt vielleicht nicht da. Hättest du nach Malkin kommen können oder nach Neubrandenburg oder nach Schwerin? Also nach Malkin freiwillig, nee. Du weißt schon, dass ich da geboren und aufgeregt bin. Ja, ja, ja. Aber das heißt ja nicht, dass ich da, ich weiß auch, ihr habt ein schönes Eiskaffee, das weiß ich auch. Aber dann hört es auch schon so ein bisschen auf. Vielleicht habt ihr da auch Wähler und Wählerinnen. Ja. Ja, wir machen auch Malkin schön, aber trotzdem würde ich nicht in Malkin arbeiten wollen als Puppendoktorin. Wenn du mir jetzt sagst, wo da ein schönes Ladenlokal ist, dann können wir beide nochmal überlegen, ob sich das dann lohnt. Und dann gucken wir. Dann kannst du ja mit einsteigen. Wäre das denn so eine Ausbildung gewesen? Ist das ein Handwerksberuf? Ich glaube, das ist wirklich nur eine Tätigkeit gewesen. Achso. Also kein Beruf, den man erlernen kann. Wer hat dich davon abgebracht? Meine Puppen. Also, die sind auch nicht kaputt gegangen. Und wie gesagt, es gab einen und das war dann nachher auch nicht mehr, so mit zehn, elf war das dann wirklich nicht mehr mein Traumjob, sondern dann wollte ich Lehrerin werden. Und was für eine Lehrerin? Also, ich bin Lehrerin für Deutsch und Geschichte und ich glaube auch, also das hatte ich auch vorher nicht anders vor. Du bist Geschichtslehrerin und wir reden, streiten uns über die DDR. Das ist ja auch ein Thema. Ja, ich streite mich ja gar nicht mit dir. Hast du das den Schülern auch beigebracht, dass die DDR kein Unrechtsstaat war? Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man die Kinder und Jugendlichen so erzieht, dass sie sich selber ein Urteil bilden. Und so muss man, nee, das steht nicht im Lehrplan, bringen Sie bitte den Kindern bei, dass die DDR ein Unrechtsstaat hat. Aber was steht denn da drin? Was im Lehrplan? Über DDR? Ja, DDR-Geschichte, das ist ja nicht großartig detailliert, natürlich. Diktatur, Merkmale einer Diktatur und, und, und. Aber ich denke, es ist wirklich wichtig, dass man sagt, bildet euch eure Meinung in allem. Aber ich muss mir ja auch für mich meine Meinung bilden und nehme nichts Vorgefertigtes. Und so habe ich auch immer versucht, meine Schülerinnen und Schüler zu befähigen, sich selbst eine Meinung zu bilden. Ich war ja lange genug Lehrerin. Ja, kommen wir gleich zu. Dein Studium hast du aber in Leipzig noch begonnen? Und auch abgeschlossen. In der DDR? Ja. Aber auch abgeschlossen in der DDR noch? Nein, abgeschlossen. Was war der Unterschied zwischen dem Studium, also Lehramstudium in der DDR noch als Deutsch- und Geschichtslehrerin im Vergleich zur, nach der Wende? Ja, ich habe angefangen an der Pädagogischen Hochschule zu studieren und das war natürlich sehr verschult, aber sehr gut. Also man hat wirklich das Handwerkszeug gelernt, was man als Lehrerin braucht. Auch das, was man heute nicht mehr hat, weil es heute ja ein ganz anderes Studium ist, mit weniger Methodik, weniger Didaktik. Und das ist sehr von Vorteil gewesen, dann auch für meine Lehrertätigkeit, dass ich noch zwei Jahre an einer Pädagogischen Hochschule studiert habe. Dann ist diese Pädagogische Hochschule aufgegangen an die Universität. Und da habe ich dann die restlichen Jahre studiert und dann ... Hast du so eine Diplomarbeit gemacht? Ja, das nannte sich dann Staatsexamen. Also man schreibt eine Staatsexamensarbeit fürs erste Staatsexamen. Worüber hast du geschrieben? Über Gruftis, Punks und Skins, informelle Gruppen in der DDR. Aha. Was gab es da zu berichten? Ja, wir hatten ja eine informelle Gruppe und über eben Skins, Punks und Gruftis waren dort sehr stark. Die hießen wirklich Gruftis? Die hießen Gruftis. Okay. Und ja, und dann habe ich darüber geschrieben, weil mich das immer schon fasziniert hat. Machst du selber eine? Nein, aber ich bin ja nicht irgendwo verknöchert und dass ich sage, das interessiert mich nicht, sondern das gehört ja auch zu meinem Leben dazu, dass man sich mit diesen Gruppen, die zu DDR-Zeiten Randgruppen genannt worden sind, beschäftigt. Und da habe ich meine erste Staatsexamensarbeit geschrieben. Und bin dann auch noch rumgereist, weil da hatte sich noch keiner irgendwo mit beschäftigt. Und ja, da konnte ich ein bisschen aufklären. Hast du dich mit denen auseinandergesetzt? Ja, auch. Und das war eine sehr schöne, interessante Zeit. Erzähl mal. Was hast du über die gelernt, was du vornherein nicht wusstest? Naja, also es sind ja einfach ihre Lebenseinstellungen. Das war ja nur ein Teil, war ja nur regimekritisch oder so. Zumal ich ja, das war ja dann, ging es ja nahtlos über in die Bundesregierung. Aber ihre Sicht auf das Leben und ihre Sicht auf Strukturen und ihre Sicht, dass sie sich absetzen möchten. Das ist ja bis heute so, dass man einmalig sein möchte und dass man ausbrechen möchte, ein System vielleicht auch sprengen möchte. Und das habe ich gelernt. Und ich bin auch sehr gut mit ihnen klargekommen. Waren das meistens Männer oder meistens Frauen? Nein, das war durch. Also das war gemischt. Da kann ich nicht sagen, ob es mehr Männer oder mehr Frauen. Also bei den Gruftis waren es mehr Frauen. Das war so. Hattest du auch mal so eine Zeit, wo du irgendwo ein Teil einer Randgruppe warst? Nein, nein. Als Linke jetzt vielleicht. Ich bin ja keine Randgruppe. Ich bin ja mitten im Leben. Und die Linke ist ja eine Partei, die man einfach wählen muss, weil sie wunderbare Inhalte hat. Aber jetzt sag mal, kennst du dich denn mit den heutigen Lehramtsstudenten und Lehramtsstudien aus? Weil du fandest gar nicht interessant. Du meintest früher, du hast Methodik und Didaktik noch mitbekommen. Erstens, was heißt das? Also für unsere jungen Zuschauerinnen. Und warum wird das heute nicht mehr? Ja, heute ist es anders. Das nannte sich ja dann der Bologna-Prozess. Das heißt, alle studieren irgendwo so ziemlich das Gleiche. Also wenn du Mathematiker wirst, dann hast du das gleiche Studium wie ein Studierender, der Lehramt Mathe macht. Und das ist eben ziemlich schlimm. Das heißt also, es ist viel zu viel Wissenschaft und viel zu wenig Methodik und Didaktik. Es ist ganz wichtig, wenn man Lehrerin und Lehrer wird, dass man weiß, wie man etwas beibringt. Das wirst du aus deiner Schulzeit ja auch kennen. Du wirst dich genau an die Stunden erinnern, wo etwas ganz Besonderes passiert ist und du dir das dann gemerkt hast. Was weiß ich, im Matheunterricht. Wenn ich rausgeschmissen wurde, im Matheunterricht. Bei Herrn, war das ja, also ich weiß, ein Herr Thiede ist bei euch in Maltin am Gymnasium gewesen und eine Frau Klein war Matheunterricht. Frau Klein war meine Klassenlehrerin. Siehst du? Und die hat dich rausgeschmissen? Ja, ja, öfter. Oh. Aber zu Recht natürlich. Ja. Grüße. Und ja, also dieses Wie, dass du nicht das Wissen nur hast, sondern dass du in der Lage bist, als Lehrerin das Wissen an deine Schüler weiterzugeben mit besonderen Methoden, mit einer besonderen Art. Das macht das Lehrersein aus. Aber wie kann das sein, dass das nicht gelehrt wird an den Unis? Warum werden die Lehramtsstudierenden darüber nicht aufgeklärt? Weil es viel zu wenig, viel zu wenig passiert. Und deswegen brechen ja auch 85 bis zu 85 Prozent der Lehramtsstudierenden in Mecklenburg-Vorpommern ihr Studium ab. Und in anderen Bundesländern auch, brechen auch viele ab. Aber wir haben eben so eine sehr, sehr hohe Abbrecherquote. Deswegen haben wir auch einen sehr großen Lehrermangel hier. Warum brechen so viele E-Studium ab? Ja, weil du mit dem Wissen reingehst, dass du denkst, du möchtest gerne, was weiß ich, Biologie-Lehrerin oder Biologie-Lehrer werden und merkst dann, du hast die Wissenschaft der Biologie, aber nicht das Zeug, bekommst nicht das Rüstzeug, diese Wissenschaft den Kindern und den Jugendlichen beizubringen. Weil dort eben ein falscher Prozess in Gang gesetzt worden ist mit dem Bologna-Prozess, als die Universitäten dort reformiert worden sind. Man braucht wirklich, ein Lehrer muss wieder Lehrer sein dürfen. Wir brauchen diese Art der Ausbildung. Ist ein Stein dafür, dass wir mehr Lehrkräfte dann am Ende auch haben könnten. Es ist ja Bildung in Deutschland Ländersache. Also die Sache von Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt könntest du ja, du kannst ja Ministerpräsident werden, du kannst auch Bildungsministerin werden. Kann eine Bildungsministerin Simone dieses Studium, diese Inhalte ändern? Ja. Das heißt, die bisherige Bildungsministerin hätte das auch schon tun können? Ja, und auch die davor. Aber es ist ja immer so bequem. Also erstmal ist es ja so, dass die Regierungen jahrelang brauchen, bis sie dann überhaupt wissen, was falsch läuft. Du musst einfach wissen, in diesen zehn Jahren, in denen ich im Landtag bin, gibt es keinen einzigen Antrag, keinen einzigen Bildungsantrag, den ich gestellt habe, den SPD und CDU angenommen haben. Sie haben alle Anträge abgelehnt. Und da ist jetzt nicht Bildung irgendwie ein Außenseiter, sondern vielleicht kann man in fünf Jahren eine Handvoll Anträge finden, die angenommen worden sind. Das heißt also, diese Regierung geht immer davon aus, sie sind Regierung, also haben sie Recht und haben den Stein der Weisen. Und das ist eben das große Problem. Das wäre mit den Linken in einer Regierung nicht so. Da könnte auch die CDU oder die AfD mal einen Antrag stellen, wo ihr sagt, mal gucken. Die CDU ja. Naja, die Grünen auch. Ja, selbstverständlich. Also das ist für mich etwas ganz Wichtiges, dass man sagt, das ist Demokratie. Das gehört dazu, dass man gemeinsam nach Lösungen sucht und nicht eben aus der Koalition heraus, also aus der Position, aus der Funktion, in der man steht, sagt, ich habe Recht. Und das ist, glaube ich, auch der Ursprung dessen, warum es so schief läuft. Und ich glaube, das ist so, je dichter du an Zuhause bist, machst du eine andere Politik. Je weiter weg du von Zuhause bist, bist du nicht mehr zu greifen und dann wird man vielleicht auch waghalsig. Wenn ich in meiner, ich bin stellvertretende Bürgermeisterin der Metropolregion Gegelow, wenn ich dort eine Politik machen würde, die nicht für meine Nachbarn und für meine Freunde, Bekannten wäre, während keine, die sie nicht verstehen würden, dann würden sie aber mit mir hart ins Gericht gehen. Und deswegen ist man sich in der Kommunalpolitik, ist man immer ganz dicht bei den Menschen, weil es deine Nachbarn sind. Je weiter du weggehst, Bund, Land, desto weniger bist du zu greifen. Da kannst du immer so in die Anonymität tauchen. Und deswegen, glaube ich, ist das ein großer Grund dafür, warum wir auch schlechte Politik haben. Aber wenn die AfD-Fraktion im nächsten Legislaturperiode sagt, wir brauchen hier Methodik und Didaktik im Lehramtsstudium, dann sagst du, aus Prinzip mal. Die können unseren Anträgen gerne zustimmen, aber du musst, für mich ist immer ganz wichtig, dass man weiß, wo ist das Motiv eines Antrages. Und wir haben eine AfD, die nun wirklich weit entfernt ist von irgendwelchen bahnbrechenden Ideen, schon gar nicht in der Bildungspolitik. Und was sie zum Beispiel mal gestellt haben, sie wollten mal Deutschkurse, die vorgeschaltet werden für ausländische Kinder. Und die Kinder haben aber bei uns natürlich alle Deutschkurse, wenn auch vieles im Bildungswesen nicht läuft. Aber es gibt Deutschkurse für Kinder nicht deutscher Herkunftssprache. Und da wusste man genau, was ist das Motiv ihres Handelns. Das Motiv ist nicht, das Bildungssystem zu stärken, sondern eben auszugrenzen. Und deswegen wird es da für mich auch keine Zusammenarbeit und keinen Antrag geben, den ich da irgendwie von denen zustimme. Die Kirchenglocken gehen gerade. Was ist mit Religionsunterricht? Bist du dafür? Ja, also wir haben in Mecklenburg-Vorpommern evangelischen Religionsunterricht. Ich bin dort eher für Religionskunde, also wo alle Religionen vermittelt werden. Und wir haben, wie gesagt, den evangelischen Religionsunterricht. Und ich würde gerne dem Brandenburger Modell folgen, Religionslehre, Ethik, dass wir das dort machen. Ist aber ein sehr dickes Brett, haben wir hier mal versucht, vor vielen Jahren mit dem Humanistischen Verband einzuführen. Und ich glaube, jetzt gibt es momentan in der Bildungspolitik ganz andere Bretter, die wir bohren müssen. Jetzt brauchen wir erstmal Mathe, Deutsch, Englisch. Wir haben ja ein miserables Bildungswesen in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann würde ich wirklich gerne irgendwie wieder dahin kommen, dass wir eine Religionskunde haben. Und nicht nur den evangelischen Religionsunterricht, sondern dass der Teil der Religionskunde wird. Warum ist das Bildungswesen hier miserabel? Ja, wir haben also, weil wir grundsätzlich die Bildung... Ich hatte, glaube ich, noch Glück, oder was? Ja, du warst noch von... Wann bist du zu... Wann ist dein Abschlussjahrgang? Abi 2, 5. Ja, da ist noch nicht die große Sparmaßnahme. Aber damit hast du ja Hassabitur. Also trotz dessen, dass du immer ausgeschmissen worden bist. Dann war sie nachher entnervt, Frau Klein. Ja, ja. Ja, ja. Da war das dann vielleicht... Hattest du wirklich Glück, dass da noch genug auch von gut ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern... Da hatten wir noch eine Lehrerschwemme, da hatten wir zu viele Lehrkräfte, da hatten wir dann nachher ein Lehrerpersonalkonzept, was versucht hat, die Lehrermenge, die wir hatten, irgendwo zu kanalisieren. Aber dann wurde das Bildungswesen eben auch zum Sparschwein der Nation hier und auch zum Experimentierfeld. Jeder Bildungsminister, zuerst waren sie vier Jahre im Amt, dann fünf Jahre, hat ja immer sich ausprobiert und wollte ja immer irgendwie etwas Besonderes machen. Und es gab keinen Minister, der länger als eine Legislaturperiode geblieben ist. Die sind dann alle nach vier oder fünf Jahren flöten gegangen, weil sie auch nie erfolgreich waren, weil sie immer nur experimentiert haben. Und alles, was du an der Bildung machst, ist eine Operation am offenen Herzen. Also du kannst ja nicht die Schulen einmal dicht machen, neu organisieren, sondern du machst das alles während des laufenden Betriebes. Und das ist etwas, was natürlich... Hätte man ja gerade in der Corona-Zeit doch angehen können. Da war doch, also wenn dann irgendwo mal was zu war, dann während der Corona-Zeit. Ja, aber da hat das Ministerium geschlafen. Geschlafen? Ja, also die Corona-Zeit wurde ja nicht genutzt. Da sind ja die ganzen Mängel überhaupt erst einmal wirklich so richtig, auch für die Regierung, dann offenbart worden. Also dass man eben sagt, wir haben viel zu wenig Unterricht. Wir haben Fächer, die werden gar nicht unterrichtet, weil es keinen Lehrer mehr gibt dafür. Das ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Ich mache da immer so eine kleinen Anfragen. Und da hat man dann also Mathe, Physik, dass wir im halben Jahr Chemie gar nicht unterrichtet worden sind und die ja dann trotzdem eine Prüfung machen müssen. Also wir haben schon einen großen Lehrermangel in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben längst nicht mehr alle Fächer, die unterrichtet werden. Wir haben enorm viel Ausfall. Eine Viertelmillion Stunden fallen gänzlich aus. Da hast du auch keine Vertretung. Und ja, das ist immer auf Kante genäht worden. Und jetzt ist es einfach so, dass es alles viel zu wenig ist, was es an den Schulen gibt. Gibt es überflüssige Fächer? Nein. Gibt es Fächer, die dir fehlen? Also wenn du jetzt Bildungsministerin zum Beispiel wärst, würdest du ein Fach einführen wollen, was fehlt? Nein, ich würde Fächer umstrukturieren. Ich mag diese Ein-Stunden-Fächer nicht. Also dass man einmal in der Woche eine Stunde Geschichte hat oder eine Stunde Geografie. Ich finde das immer zu wenig. Das würde ich dann eben in zwei Stunden Fächern machen, damit auch überhaupt das Wissen vermittelt wird. Ich bin ja auch neben meiner Zeit in MV auch in Texas zur Schule gegangen. Da hatte ich jeden Tag dasselbe. Ich hatte vier Fächer ein halbes Jahr lang. Und jeden Tag dasselbe Fach. Das kann Vorteile haben. Und dann das halbe Jahr danach? Das ist ganz anders. Und zwar dieser ständige Wechsel ist ja glaube ich auch eine große Anstrengung fürs Gehirn. Und wenn man das hintereinander hat, das ist dann, das nennt sich im Unterricht Phase 5 Festigung. Das ist dann Festigung, Festigung, Festigung. Du kannst dich auf Sachen konzentrieren. Ja, ist eine Möglichkeit. Montag bis Freitag jeden Tag erste Stunde Geschichte. Jeden Tag zweite Stunde Mathe. Aber kann das auch dazu führen, das kannst du ja dann beantworten, ob man da müde wird? Ob das einem vielleicht auch langweilig wird? Also ich würde jetzt aus der Sicht heraus sagen, dass Vorteile überwiegen. Ja, würde ich für das Jahr auch sagen. Aber kann natürlich auch in der Schule gelegen haben. Aber ich fand es interessant. Ja, und was macht man dann aber, wenn ein Lehrer dann krank wird? Dann kam ein Ersatzlehrer. Ah, das haben wir in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Habt ihr auch nicht? Nee. Du hast aber gesagt vorhin, es gab in meiner Zeit noch zu viele Lehrer. Kann es wirklich zu viele LehrerInnen geben in einem Bundesland? Also normalerweise nicht. Aber wir hatten mehr Lehrerinnen und Lehrer, als beschäftigt werden konnten. Und auch, da kann man auch nicht sagen, da ist eingespart worden oder so. Das war da wirklich nicht. Sondern wir haben ja einen enormen Rückgang der Schülerzahlen gehabt nach der Wende. Da war ja die Zeit der Unsicherheit. Da hat man ja dann weniger Kinder bekommen. Da haben wir den Geburtenknick. Und das ist ja ein Drittel der Schülerinnen und Schüler. Also an den Berufsschulen hat man wirklich von 90.000 auf 30.000 gegangen in den letzten Jahren. Und bei einer Allgemeinbildenden haben wir jetzt 140.000 Schüler und hatten mal das Doppelte. Und dann hast du natürlich die Anzahl von Lehrerinnen und Lehrern, die damals zu viel waren. Das hätte man aber wirklich anders machen können. War aber für von allen Gewerkschaften getragen, dieses Lehrerpersonalkonzept. Und dass Lehrer eben nicht in die Arbeitslosigkeit gegangen sind, das hat man schon versucht. Sondern entweder Abfindungen, wenn die sich dann anderweitig orientiert haben. Und das brauchen wir die alle? Ja, ganz genau. Also diejenigen, die sind natürlich jetzt dann schon in Rente. Aber wir haben einen großen Lehrermangel. Die brauchen wir jetzt und die wir damals nicht beschäftigt haben. Du hast gerade von Erfolg gesprochen. Wie würdest du denn, wenn du Bildungspolitik hier bestimmen könntest, Erfolg definieren für dich oder für deine Regierung? Wenn es wirklich gelingt, dass wir weniger Schulabbrecher haben. Du meinst jetzt im Bereich der Bildung? Ja. Wenn wir weniger Schulabbrecher haben, wenn wir weniger Ausbildungsabbrecher haben. Denn wir machen ja unseren Fachkräftemangel hier gerade selber in Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist alles ganz wichtig, wenn wir jetzt versuchen würden, durch mehr Unterricht, durch eine längere Schulzeit, durch eine Verlängerung der Berufsschulpflicht, die Zahl der Abbrecher zu reduzieren. Damit haben wir mehr Fachkräfte. Damit haben wir auch Geld, mehr Geld im System, was wir dann wieder in die Bildung zum Beispiel, in den Anfang investieren könnten. Es gibt da wirklich viele, man kann, das dauert, weil es eben über viele Jahre versäumt worden ist. Aber Erfolge kann man sehen, glaube ich, in drei, vier Jahren, wenn es dann eine andere Politik gibt. Aber du hast jetzt nicht gesagt, weniger Unterrichtsausfall oder kein LehrerInnenmangel mehr? Das sind keine Erfolgskriterien für dich? Wenn ich mehr Abschlüsse habe, heißt das ja, dass ich weniger Unterrichtsausfall habe. Also wir haben ja so viele Abbrecher und Kinder, die eben ihren Schulabschluss nicht machen, weil sie eben zu viel Unterrichtsausfall haben und dann eben vielleicht auch gar nicht mehr zur Schule gehen. Wir haben auch eine große Menge an denen, die schwänzen in Mecklenburg-Vorpommern. Das alles würde man reduzieren müssen. Wir haben eine große Sorge. Wir machen immer erst alles in MV, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wir haben sozusagen keine unterstützenden Maßnahmen für diejenigen, die vom Weg abkommen, die jetzt zum Beispiel irgendwo ein schulaversives Verhalten haben. Das muss alles gemacht werden. Da müssen Unterstützungssysteme aufgebaut werden. Und wenn wir dann auch, also wir möchten ja, das haben wir uns als Ziel gesetzt, in den kommenden fünf Jahren 1000 Lehrkräfte mehr zusätzlich an die Schulen holen. Die kommen woher? Die bilden wir aus. Und wie? Ja, da haben wir ein System entwickelt. Also ich würde, wir haben ja Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, die brauchen wir auch, weil eben so viele das Studium noch abbrechen. Man muss zuerst das Studium reformieren an den beiden Universitäten in Rostock und in Greifswald. Und wie gesagt, mehr Methodik, mehr Didaktik, die Lehrerinnen und Lehrer, die zukünftigen von den anderen wissenschaftlichen trennen und wirklich Pädagogik machen. Und die Seiteneinsteiger würden wir an pädagogischen Instituten schulen, damit sie dann gut geschult in die Schulen gehen. Also gut qualifiziert. Sie gehen ja jetzt, die kommen ja jetzt, was weiß ich, vom Ingenieur sein und stehen vor der Klasse und haben noch nicht einmal gewusst, wie man eine Stunde vorbereitet oder so. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie man weniger Schulabbrecher produziert? Indem ich mehr, indem ich mehr Unterricht habe, indem ich kleinere Klassen habe, der Lehrer sich auch wieder und die Lehrerin sich auch wieder um die Kinder kümmern können. Und dann, dann habe ich ein System, dann und ein System brauche ich, was eben begleitet, wenn ich Kinder habe, die dort schulaversives Verhalten zeigen, dann brauche ich Unterstützungssysteme. Also eben auch Schulpsychologen, die rar sind. Und dann klappt das. Also ich denke, es wird immer welche geben, die ungern zur Schule gehen. Es wird auch immer Kinder und Jugendliche geben, die keinen Schulabschluss bekommen. Aber wir können wirklich vieles unternehmen, damit es weniger wird. Wie viele Schulabbrecher haben wir denn so in MV? Ja, also man kann davon ausgehen, dass wir so 1500 Schulabbrecher haben. Also wir haben die höchste Zahl bundesweit. Also wir sind bei neun bis zehn Prozent eines Abschlussjahrganges, der dann sozusagen die Schule, nicht jeder zehnte kann man sagen, aus dem Abschlussjahrgang schafft. Keinen Schulabschluss. Und da haben wir auch viele Vorschläge gemacht, wie man das machen kann. Naja, wir haben einen ganzen Sack voll Möglichkeiten, die wir anwenden können. Man könnte ja auch mal sagen, ihr kriegt einen Abschluss hinterhergeschmissen, dann ist das ja kein Abbrecher. Ja, aber was hast du denn davon? Dann bricht da ja die Leere als nächstes ab. Und ich denke auch, dass jeder Abschluss erreicht werden muss und dafür muss was getan werden. Und ein Schulabschluss muss sich auch verdient werden. Und kannst nicht hinterherschmeißen. Hast du ja auch nicht. Ach doch, du hast gesagt, den haben sie dir hinterhergeschmissen. Nein, nein. Apropos kleinere Klassen forderst du ja, warum steht denn in eurem Wahlprogramm maximal 25 Schüler in einer Klasse? Ja. Das ist doch jetzt nicht eine kleine Klasse. Ja, aber die sind kleiner als die, die wir jetzt haben von 29, 30, 31. Aber 25 ist auch noch zu viel. Ja, du musst ja über Zwischenschritte gehen. Wir müssen ja auch immer den Lehrermangel mitdenken. Wir müssen ja Stück für Stück die Lehrer ausbilden und qualifizieren. Und wir hatten, früher war der sogenannte Klassenteiler war 29. Der 29. Schüler hat die Klasse geteilt. Das war der Klassenteiler. Das war der Klassenteiler. Und wenn wir jetzt sagen, der 26. Teil, die Klasse, dann sind wir schon mal viel, viel besser als die Zeit, in der wir sogar den noch hatten. Das gibt es jetzt nicht mehr. Es ist alles abgeschafft worden. Jetzt ist die Größe einer Klasse komplett egal. Und da ist das schon ein bisschen revolutionär mit den 25 Kindern in einer Klasse maximal. Aber wenn du jetzt nicht Abgeordnete wärst, sondern wieder Lehrerin, könntest du mit 25 Schülern und Schülerinnen guten Unterricht machen? Natürlich kann man da guten Unterricht machen. Weniger ist immer besser. Mit einer ersten Klasse wie mit einer zwölften? Ja, das geht. Wir sind ja ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer und das bekommen wir hin. Natürlich ist jeder Schüler, der weniger in einer Klasse ist, ist immer mehr Zeit für die Kinder, die dann da sind. Aber 25 Kinder ist nicht wenig, aber ist wirklich gut machbar. Was für Kinder hast du denn unterrichtest? Alle. Von der ersten bis zur zwölften Klasse. Echt? Mhm. Das geht? Ja, ich bin in der Zeit gekommen, als wir die Lehrerschwemme hatten und da war meine erste Stelle eine Grundschule. Ich habe meine Ausbildung am Gymnasium gemacht und kam aus einer zwölften Klasse dann in eine zweite Klasse. Es gibt ja auch viele, die sich hier trotzdem zu Lehrer oder Lehrerinnen ausbilden lassen und dann abwandern in andere Bundesländer zum Beispiel. Wie wollt ihr das verhindern? Ja, also wir haben dort... Werden die eigentlich verbeamtet? Ja. Also Berlin ist das einzige Bundesland, was nicht mehr verbeamtet. Hier wird verbeamtet und das hat damals auch den Wettbewerbs, also uns aus dem Wettbewerbsnachteil geholt. Aber die Leute gehen ja trotzdem weg. Ja, weil wir noch eine sehr hohe Anzahl von Unterrichtsstunden haben, die eine Lehrerin, ein Lehrer unterrichten muss. Das sind 27 in der Woche. Das hört sich so an, als würde der nur 27 Stunden arbeiten. Das muss ja vorbereitet werden, nachbereitet werden und, 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 und. Und das ist schon Aufwand. Viele Bundesländer haben so 24 Stunden und drei Stunden in der Woche weniger. Ist schon in Ordnung. Naja, und dann eben durch diese große, große Unruhe in Mecklenburg-Vorpommern, dadurch, dass du ständig mehr Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger bekommst, die dann eben vorher nicht qualifiziert worden sind, macht es vielleicht auch für Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr so den Spaß zu arbeiten, weil es auch wirklich von Jahr zu Jahr anstrengender wird, weil du ja immer wieder eine neue Sau durchs Dorf treibst, was Bildungspolitik betrifft. Jeder Bildungsminister, hatte ich ja gesagt, versucht sich ja irgendwie. Und das ist nicht günstig. Es gibt aber Möglichkeiten, dass man eben die Lehrkräfte hält. Wir haben ein schlechtes Einstellungsverfahren hier. Wir haben schlechte Übergänge vom Referendariat, dann ins Berufsleben. Und wir haben ganz viele Lehrer, die vorzeitig in Rente gehen. Also die bleiben nicht bis 65 oder 66, sondern die gehen mit 61 und 62. Und das möchten wir natürlich auch ändern, indem wir allen... Die Linken wollen, dass man hier so lange wie möglich arbeitet, ja? Naja, dass man so lange arbeitet, so lange, bis du die Rente kriegst. Wir treten ja ein für die Rente mit 65 und nicht 67, nicht 68, nicht 69. Kann man auch, natürlich kann man mit 64 in Rente gehen, aber das steht ja momentan nicht zur Debatte. Sondern es geht jetzt darum, dass Renteneintrittsalter vorher... Sie gehen nicht, weil sie auf das Geld verzichten wollen. Sie gehen, weil sie kaputt sind von diesem System. Und deswegen muss man es ändern. Sie brauchen zum Alter hin wesentlich mehr Stunden, die sie bekommen aufgrund ihres Alters, die sie dann nicht mehr unterrichten müssen. Das nennt sich Anrechnungsstunden. Und wir möchten zum Beispiel Lehrern und Erziehern 10.000 Euro Prämie geben, wenn sie bis zum Eintritt in das Renteneintrittsalter arbeiten und nicht vorher aus den Schulen gehen. Dann würde sich nämlich unser Lehrermangel wirklich enorm verringern. Und wir hätten gut qualifizierte Lehrkräfte, die auch oft gerne noch arbeiten, aber von diesem täglichen Chaos an den Schulen vor dem dann eigentlich resignieren. Sollte der Klimawandel oder die Klimakatastrophe Unterrichtsinhalt werden? Zum Beispiel mit einem eigenen Fach? Nein, mit einem eigenen Fach nicht, sondern das ist eine typische Sache, die Fächer verbinden sein muss, Fächer übergreifend sein muss. Das musst du in allen Fächern oder in vielen Fächern kannst du das unterrichten und muss es unterrichtet werden. Und das steckt wirklich, um es ganz vorsichtig auszudrücken, noch in den Kinderschuhen. Aber du als deutsche Geschichtslehrerin würdest das nicht unterrichten, oder? Natürlich. Also wenn du gebildete Persönlichkeiten haben möchtest als Kinder und als Jugendliche, dann musst du das natürlich in der Lage sein, das in deine Fächer mit einzubauen. Und das ist ganz einfach. Wie würdest du das machen bei dir? Ach, du kannst doch, in Deutsch liest du zum Beispiel Texte dann drüber. Dann kannst du darüber reden, dann kannst du mit ihnen in der Schule etwas entwickeln. Also was weiß ich, zum Beispiel gibt es ganz wenig Umweltschulen in Mecklenburg-Vorpommern, aber es gibt die Möglichkeit. Ich war mit meiner Schule, Umweltschule, die ich geleitet habe, bevor ich in den Landtag ging. Also man kann ganz viel Fächerübergreifendes und Fächerverbindendes machen und eben auch Klima- und Umweltpolitik. Sollten LehrerInnen gendern im Unterricht? Ja, das hat für mich etwas mit Respekt und mit Würde zu tun, wenn man gendert. Also ich gendere, indem ich dann sage, LehrerInnen und Lehrer, SchülerInnen und Schüler, ich möchte das große I nicht so gerne sprechen. Das hört sich für mich, aber nur für mich an, als hätte ich einen Sprachfehler. Und deswegen bin ich dann eher für SchülerInnen und SchülerInnen. Sollten die LehrerInnen sich das aussuchen? Nein, das ist etwas... Oder würdest du das vorschreiben als Bildungsministerin? Hier wird gegendert jetzt. Ich denke, das muss man gar nicht vorschreiben, sondern wer würde und respektvoll mit seinem Gegenüber umgeht, der gendert. Kommen wir mal zu den Unis. Ihr wollt den NC abschaffen. Warum das? Weil wir viel zu viel, wird ja, NC haben wir ja immer auf die Leistungen reduziert und wir brauchen andere weiche Kriterien, um dann mehr Studienanfänger zu haben. Wir haben einen Fachkräftemangel überall. Also ich nehme jetzt nur zum Beispiel Medizin ja sowieso. Uns fehlen Ärzte noch und nöcher. Und wir haben diesen hohen NC. Rostock leistet sich dann ja auch noch zu sagen, wer sich noch woanders bewirbt, kommt in Rostock nicht mal ran. Als Medizinstudentin und Student. Wenn du also einen Zweitwunsch noch angibst oder Rostock eventuell als Zweitwunsch hast, dann fällst du gleich raus aus der ganzen Nummer. Das ist legal? Die Studienordnung legen ja die einzelnen Universitäten fest. Und wenn wir zum Beispiel haben wir den großen Lehrermangel, über den wir ja jetzt geredet haben. Wir haben aber das Grundschullehramt immer noch mit NC. Also wir haben Tausende, die sich bewerben und Hundert, die wir nehmen. Warum? Also da muss ich andere Wege gehen. Ich muss die Studienplätze ausbauen. Ich muss natürlich aber auch zusehen, dass so viel wie möglich das Studium beenden. Und da sind es mehrere Wege, die wir insgesamt da gehen müssen. Wie stehst du zur aktuellen Ich-bin-Hanna-Bewegung? Erzähl mir was. Das geht an allen PolitikerInnen, glaube ich, gerade vorbei. Also das ist eine große Bewegung von AkademikerInnen in ganz Deutschland, die sich über ihre prekären Verhältnisse beschweren, dass sie immer quasi ihre befristeten Stellen nur verlängert bekommen, immer befristet auf ein paar Jahre. Ja, ohne dass ich weiß, dass das Ich-bin-Hanna-Bewegung heißt, weiß ich sehr wohl. Also Hashtag Ich-bin-Hanna auf Twitter. Die stecken halt in prekären Verhältnissen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass wir auf Drittmittel angewiesen sind und dass die eingeworben werden müssen. Und das ist ja eben etwas, und das findest du ja auch bei uns im Wahlprogramm, dass Universitäten so ausgestattet werden müssen, dass alle wissenschaftlichen MitarbeiterInnen gut bezahlt werden und nicht in dieser prekären Situation hängen. Wir haben das in Mecklenburg-Vorpommern sehr doll an den beiden Universitäten, die prekäre Beschäftigung der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und deswegen sagen wir ja, dass wir mehr Geld in die Universitäten geben müssen, damit wir von der prekären Beschäftigung und auch von dieser befristeten Beschäftigung weggehen können. Das zählt ja auch wieder dann dazu, zu einem guten Studium gehört das ja ebenfalls. Und da findest du bei uns im Wahlprogramm sehr viel, wie wir die Bildungsausgaben für die Universitäten erhöhen möchten, dass eben diese prekären, wirklich, das sind prekäre Anstellungsverhältnisse, die an den Universitäten um sich greifen. Wir haben wesentlich mehr Befristete, Beschäftigte als alles andere an unseren beiden Universitäten. Aber was sind die Ursachen dafür? Die Ursachen sind zu viele Aufgaben für zu wenig Personal. Die Aufgaben wachsen und dann natürlich auch die schlechte finanzielle Ausstattung. Wir haben ja Zielvereinbarungen, die das Land mit den Universitäten verhandelt. Und das sind dann immer Kompromisse. Und die Kompromisse gehen immer dahin, dass die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu wenig verdienen. Und man den Universitäten diese große Bürde auflastet, zu sagen, sorgt für Drittmittel, werbt Drittmittel ein. Ich denke, dass Bildung, wo auch immer, nicht davon abhängig sein kann, ob ich irgendwoher zusätzliche Gelder kriege, sondern der Staat, das Land ist dafür zuständig, so auszustatten, dass gelehrt und gelernt werden kann. Aber bist du eine Gegnerin von Drittmitteln an Unis? Nein, die können zusätzlich, zusätzlich für Projekte eingeworben werden, aber nicht, um wissenschaftliche Mitarbeiter damit irgendwo dann überhaupt zu halten. Wir brauchen eine wesentlich bessere Ausstattung an den Universitäten. Und Drittmittel kann man natürlich einwerben. Das geht aber nicht, um den Grundstock zu finanzieren. Also du bist ja hier Bildungsexpertin, beschäftige dich mal mit Ich-bin-Hanna. Das ist die AkademikerInnen-Bewegung gerade in Deutschland. Und ist ja lustig, also in Deutschland sind ja nur die Professoren an den Unis, die werden unbefristet eingestellt. Warum ist das so? Nein, wir haben auch zu wenig Professoren an den Universitäten. Ja, aber die bekommen unbefristete Jobs. Die bekommen zum großen Teil unbefristete Jobs. Ich glaube, das hängt dann auch von dieser, ist es eine W2, eine W3, eine W4-Professur ab. Aber es gibt auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die unbefristet an den Universitäten sind. Also nur die Professoren sind nicht unbefristet. Gut, kommen wir mal zurück zu dir. Du hast dann dein Studium erfolgreich abgeschlossen? Ja, mir haben sie auch den Abschluss nicht hinterhergeworfen. Habe ich wirklich erkämpft. Und konntest du denn aussuchen, an welche Schule du kommst? Ja, ich habe dann mein Referendariat am Gymnasium gemacht, weil ich das Lehramt Gymnasium studiert habe. Und dann ist man also eigentlich in die Arbeitslosigkeit gegangen. Weil wir ja in einer Zeit… Was ist in den 90ern? Genau, es war 1994, habe ich angefangen und bin dann in eine Zeit gegangen, wo wir eben zu viele Lehrerinnen und Lehrer hatten. Und hatte dann aber das Glück, dass ich an einer Grundschule arbeiten konnte. Und du so, nee, ich habe hier nur mit Jugendlichen Erfahrung. Ich kann mit Kindern nicht. Ich sollte Klassenlehrerin einer ersten Klasse werden. Aber da habe ich gesagt, das kann ich nicht. Ich kann Kinder nicht lesen und schreiben beibringen. Dazu fehlt mir die Methodik. Und heute werden dann Ingenieure und Seiteneinsteiger werden Klassenlehrer von ersten Klassen, ohne dass sie Pädagogik oder so studiert haben. Das ist die Situation heute, die du früher abgelehnt hast. Und dann haben wir in der Schule getauscht und dann habe ich eine vierte Klasse bekommen. Und das waren auch nur 14 Kinder. Das war eine Dorfschule. Die konnten schon lesen und schreiben. Die konnten schon lesen und schreiben. Und das war wirklich eine wunderschöne Zeit. Aber hast du trotzdem gemerkt, was für ein Unterschied es ist, Kinder versus Jugendliche zu unterrichten? Ja, natürlich. Also vor allen Dingen sie. Sie haben mir meine Grenzen ja dann aufgezeigt, indem dann ja auch die Eltern, das war alles wirklich sehr lieb. Aber die haben dann gesagt, Mensch, unsere Kinder kommen nicht mit. Und dann haben sie gesagt, sagt die denn nicht, welche Seite im Buch? Doch, doch. Aber sie sagt nicht, wir sollen die Federtasche aufmachen, den Füller rausholen, den Füller aufschrauben. Also dieses Kleinschrittige, was in der Grundschule ja noch ist. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe immer gesagt, los geht's. Und das war dann ein bisschen viel. Also habe ich auch ganz viel gelernt in der Zeit, dass man auch kleinschrittiger vorgehen muss. Hast du schon Noten vergeben oder waren das so ein Bienchen? Nein, Noten natürlich. Und waren das immer leistungsbezogene Noten oder auch so Kopfnoten hier? Der Alexander hat jetzt aber immer wieder hier einen Stunk gemacht, der kriegt diesmal eine Sechse. Nee, sowas habe ich nicht gemacht. Also ich habe Lobe erfunden. Also ich habe einen Stempel dann erfunden, weil ich denke, dass Lehrerinnen und Lehrer nicht oft genug loben. Für Leistungen, die man erbracht hat, konnte man sich dann einen Stempel holen und zehn Stempel war eine Eins in einem Fach deiner Wahl. Und da ist... Das System musst du mir mal erklären. Ja, das ist total genial. Das gibt es bis heute. Ja, das... Also wenn du jetzt zum Beispiel... Hast du mal in Englisch gelernt und hast dann mal eine Drei gehabt und nicht eine Vier. Dann hast du den Stempel bekommen. Der hieß Klüzi, weil die Schule Klüzi ist. Und da haben die Kinder sich den Namen ausgedacht. Sehr kreativ, aber wirksam. Und... Oder wir haben Capacona-Gedenklauf gemacht. Also Capacona-Gedenkstätten. Und da sind sie mitgelaufen. Und dann haben sie für die Kilometer eben einen Stempel bekommen. Oder sie haben jemandem geholfen, der krank war. Oder sie waren Mitglied in der Schülerfirma. Dann haben sie diese Stempel bekommen und dann... Ich konnte mir Noten erschleichen quasi. Das sind keine... Nein, das ist hart erarbeitet. Wenn ich zehn Kilometer gelaufen bin, habe ich zehn Stempel bekommen und konnte mir noch eins aussuchen. Nein, nein, nein. Dann hast du vielleicht einen Stempel bekommen. Also du hast schon sehr engagierte Schüler haben ein halbes Jahr gebraucht für zehn. Aber es war... Du musst ja auch immer aufpassen, dass es wirklich realistisch ist und dass man es auch erhalten kann. Und das war die härteste Währung dann nachher. Und das war dieses Lob. Ist viel mehr wert, als wenn du da sagst, oh Gott, oh Gott, er hat heute wieder nichts gekonnt. Ist eine Fünf. Ich hatte mal eine Mutter, die hatte wirklich... Da stand immer ganz viel wohl im Hausaufgabenheft. Da habe ich dann mal eingeschrieben, dass er sehr gut mitgearbeitet hat, ihr Sohn. Da hat die sich auf der ganzen Hausaufgabenheftseite bedankt, dass ich sowas einschreibe und nicht, dass er was er alles nicht macht. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, dass dieses ganz Normale, dass man etwas macht, dass man aber trotzdem auch dafür mal gedobt werden kann, sobald man ja immer für alles kritisiert wird, was nicht so gut läuft. Wie bist du irgendwann Schuldirektorin geworden? Ich habe mich beworben als Schulleiterin und dann hatte ich ein Auswahlverfahren und dann bin ich Schulleiterin geworden. Haben Sie dich genommen? Mit deinen ungewöhnlichen Lehrmethoden? Ja, das war es vielleicht. Also, dass die sich gesagt haben, ich hatte immer gute Ergebnisse auch bei den Kindern, weil ich eben auch ein bisschen anders unterrichtet habe. Und dann haben die sich gesagt, die ist nicht ganz doof, die schafft bestimmt eine Schule zu leiten. Nicht ganz doof. Hast du es geschafft? Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ja. Und jetzt bist du ja nicht mal in der Schule, seit zehn Jahren oder was? Genau. Und jetzt mache ich alles. Gibt es die noch? Natürlich. Auch ohne dich? Ist es in Wismar oder was? Nein, in Nordwestmecklenburg, also in Klütz. Das ist Boltenhagen, also genau an der Ostsee. Würdest du dann wieder zurückkehren, wenn du jetzt aus dem Landtag fliegst zum Beispiel? Ja. Ah ja. Bist du jetzt nur beurlaubt? Ich bin nur beurlaubt. Okay. Würdest du auch wieder Deutsch und Geschichte unterrichten? Ja, also für mich ist es ganz wichtig, dass ich Deutsch unterrichte auch, weil du dann eben auch viele Stunden in einer Klasse hast, um die Kinder und Jugendlichen kennenzulernen und Geschichte und Sozialkunde habe ich auch noch. Das habe ich dann noch nachqualifiziert. Ja, sehr gerne. Jetzt ist mein Sohn ja raus aus der Schule. Dann fehlt mir das ja jetzt auch ein bisschen. Also nee. Ich bin sehr gerne Lehrerin, sehr gerne Schurleiterin und sehr gerne linken Politikerin. Gut, kommen wir mal zu einem Vorstelligen. Wir wollten eine Kinderkarte einführen. 50 Euro mindestens. Im Monat. Wozu? Ja, damit alle Kinder sich gleichermaßen den Sportverein leisten können, das Kino leisten können, das Museum leisten können, da wo sie auch immer hingehen mögen. Das ist ja jetzt sehr, sehr abhängig vom Verdienst der Eltern und Kinder im Hartz-IV-Bezug. Also wir haben auch geprüft, dass es eben auch nicht anrechenbar, wenn die Kinder diese Karte bekommen. Aktuell ist es ja so, wenn das Kindergeld erhöht wird, wird es angerechnet. Aber wenn du, also es gibt Möglichkeiten, dass es eben nicht angerechnet wird bei dieser Kinderkarte. Das haben wir vorher geprüft und das für alle Kinder gleich. Auch für die Millionärskinder. Ja, wir haben ja auch den kostenfreien Kita in Mecklenburg-Vorpommern auch für jeden. Und ich glaube, es kommt nicht auf die Eltern der Kinder an, sondern auf das Kind. Und ich möchte ja weg davon, dass Eltern entscheiden oder die Herkunft eines Kindes über den Weg eines Kindes entscheidet. Und dazu ist die Kinderkarte ein kleiner Stein, aber ein wichtiger Stein. Dass du nicht davon abhängig bist, ob deine Eltern sich für dich das Kino leisten können oder den Bibliotheksbesuch oder was auch immer. Sondern, dass das Kind unabhängig von seinen Eltern über seinen Weg geht. Aber soll das Kind das Geld bekommen oder bekommen am Ende die Eltern das Geld? Nein, das bekommt das Kind. Also mit dieser Kinderkarte, das ist ähnlich wie eine Bildungskarte, die es schon gibt. Die gibt es allerdings für Kinder aus dem Hartz-IV-Bezug durch das Bildungs- und Teilhabepaket. Und die wird dann dort abgegeben, wenn du jetzt zur Bibliothek gehst. Und dann wird das abgebucht von dieser Kinderkarte. Also es handelt sich nicht um Bargeld. Sondern um Geld auf einer Karte, auf der Kinderkarte. In Sachen Arbeit fordert ihr MV, zum Land der guten Arbeit zu machen. Warum nicht der sehr guten Arbeit? Ja, ich denke, dass es wichtig ist, dass wir erstmal schrittweise gehen. Und es ist eben gute Arbeit für gute Löhne. Was soll das heißen? Ja, das kann ich dir sehr gerne erklären. Das hört sich ein bisschen nach einem Franziska-Giffey-Spruch an. Gute-Kita-Gesetz, Land der guten Arbeit. Ja, die Gesetze haben ja wirklich lustige Namen. Also da habe ich ja darauf gewartet, wie sie dann die Hartz-IV-Gesetze umbenennen wollen im Bund. Papa darf nicht zur Arbeit gehen-Gesetz. Oder irgendwie so etwas wäre ja möglich gewesen. Nein, gute Arbeit. Land der guten Arbeit, was soll ich heißen? Ja, indem wir eintreten für mindestens 13 Euro Mindestlohn, indem wir unser Vergabegesetz, also alle Aufträge, die das Land vergibt, an Unternehmen nur noch an den Mindestlohn koppeln und an soziale Kriterien, also an Tarifgebundenheit. Das ist bisher nicht so. Nein, das ist nicht so. Und dadurch bekommen ja zum Beispiel die Firmen die Aufträge, die am preiswertesten sind. Und wer ist am preiswertesten? Auf die, die nicht die höchsten Löhne zahlen. Und das wollen wir mit dem Landesvergabegesetz verändern. Das soll eben auch sein, dass wir dann für gute Arbeit eintreten, indem nur noch die Firmen öffentliche Aufträge erhalten, die eben Tarif bezahlen. Und auch soziale Kriterien möchten wir dann auch wirklich mit berücksichtigen bei der Vergabe. Und ja, da kann man dann, glaube ich, ganz viel machen. Wir müssen natürlich gucken, Leiharbeit haben wir noch, befristete Beschäftigung haben wir viel zu viele in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind wirklich das Niedriglohnland Nummer eins. Und bei uns, wenn du davon ausgehst, wir verdienen der Durchschnitt in Mecklenburg-Vorpommern verdient 6500 Euro weniger als der Durchschnitt in der Bundesrepublik. Und das heißt, wenn du 6500 Euro im Jahr weniger als der Durchschnitt verdienst, dann ist das die gesamte Jahresmiete von so einer zweieinhalb Zimmer Neubauwohnung. Also deine gesamte Jahresmiete verdienst du weniger. Und das kann nicht sein, dass das so bleibt. Und deswegen möchten wir das ändern, eben durch bessere Löhne. Wie schafft es eine Regierung mit linken an der Macht, dass Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten fünf Jahren dann nicht mehr die geringsten Löhne in Deutschland hat? Ja, indem wir eben den Mindestlohn dann auf Bundesebene natürlich versuchen durchzusetzen, indem wir die Tarifbindung hier in Mecklenburg-Vorpommern erhöhen wollen, die Bildung von Betriebsräten. Das ist ja erwiesen, dass Betriebsräte, also Firmen, in denen Betriebsräte existieren, bessere Arbeitsbedingungen haben. Und indem wir das versuchen, nach vorne zu ziehen und eben auch die Befristungen nach hinten drängen wollen. Denn wer befristet beschäftigt ist, muss ja immer wieder um eine Weiterbeschäftigung dann letztendlich bangen. Und wir brauchen eine bessere Qualifizierung. Also wir müssen gucken, wo sind Arbeitskräfte, wo ist der Bedarf? Und so müssen wir dann auch qualifizieren. Wir haben zum Beispiel einen großen Bedarf im Pflegebereich, bei den Erziehern. Und da haben wir einen ganzen Instrumentenkoffer. Aber das Wichtigste sind natürlich die guten Löhne und die Tarifgebundenheit. Wie hält es Simone mit dem bedingungslosen Grundeinkommen? Ja, dazu haben wir nach der Bundestagswahl einen Mitgliederentscheid. Nach der Bundestagswahl? Nach der Bundestagswahl, genau. Wie wirst du dich positionieren? Also ich denke, dass nichts bedingungslos sein kann. Nichts gibt es ohne Bedingungen. Aber wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen … Aber ihr seid doch quasi auch für einen bedingungslosen Hartz IV … Also Sanktionsfrei ist ja nicht bedingungslos. Also das ist es nicht. Aber ich bin dafür, dass jeder Mensch gut leben kann. Und insofern denke ich, dass wir ein Grundeinkommen brauchen. Und inwieweit das an welche Bedingungen von Fähigkeiten, Fertigkeiten einbringen in die Gesellschaft abhängig ist, das werden wir dann sehen. Aber ich denke, um etwas zu bekommen, kann man sich auch engagieren. Welche Bedingungen bräuchte es aus deiner Sicht für einen Grundeinkommen? Für mich ist es wichtig, dass sich diejenigen auch für die Gesellschaft engagieren, von der sie das Geld bekommen. Also dass man dann Ehrenamtliche tätig ist oder, oder, oder. Also ich denke, nichts im Leben ist bedingungslos. Und deswegen würde ich das bedingungslos ersetzen an bestimmte Bedingungen, weiche Kriterien, geknüpftes Grundeinkommen. Kannst du dein Weltbild beschreiben, dein politisches Weltbild? Ja, also ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir wegkommen von dem, dass das Geld, also die Macht letztendlich zementiert, sondern eher die Fähigkeiten. Und das können wir haben ja alles, was Grenzen in der Menschheit, in der Bevölkerung hat, sind ja monetäre Grenzen. Also Menschen sind in Klassen, in Schichten eingeteilt, diese Schichten haben was mit den Finanzen zu tun. Das Schulsystem ist gegliedert, wir haben kein anderes Land, ist so sehr die soziale Herkunft abhängig vom Bildungserfolg. Und wenn wir mehr Wissen können und Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellen, um gemeinsam ein Land zu verändern, was dann eben solidarisch ist und natürlich demokratisch, aber was menschenfreundlicher ist und auf die Werte eines Menschen mehr ausgerichtet ist als auf seine Finanzen. Und dann bist du gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das wäre doch menschenfreundlich. Ja, für mich ist aber auch, ich habe ja auch gesagt, sich einzubringen, also die Fähigkeiten eines Menschen, dass die in dem Mittelpunkt meines Weltbildes stehen. Was kann ein Mensch, wie kann er sich einbringen? Und deswegen denke ich auch, dass man sich für das Grundeinkommen einbringen kann. Aber glaubst du nicht, wenn jemand ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommt, dass man sich automatisch vielleicht engagiert in einem Ehrenamt, weil man das zurückgeben möchte? Das weiß ich nicht, ob das so ist. Aber ich würde es gut finden, wenn es an diese weichen Kriterien geknüpft ist, weil wir es ja brauchen. Wir brauchen ja Engagement, um eine Gesellschaft weiterzuentwickeln und um dann auch vorzuleben, wie man leben kann, was man erreichen kann und mitzunehmen und zu gestalten. Und wünschenswert ist das, dass das automatisch geschieht. Das müssen wir sehen, wie sich das dann entwickelt. Also ich würde schon diese weichen Bedingungen gut finden. Bist du eine Sozialistin? Ja. Demokratische Sozialistin. Ja. Was heißt das für dich? Ja, das heißt für mich, dass ich mit beiden Beinen erstmal natürlich auf dem Boden des Grundgesetzes stehe und dass für mich der Kapitalismus eine Gesellschaftsform ist, die es zu überwinden gilt, zu hin zu einem sozialistischen Leben. Und das heißt eben, das passt dann wieder zum Weltbild. Das passt eben, dass die Fähigkeiten eines Menschen im Mittelpunkt stehen und nicht das Kapital. Aber noch herrscht ja auch Kapitalismus in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Was sind hier die größten Industrien? Naja, wir haben ziemlich wenig Industrie. Wir sind ja das Land der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Aber wir haben ein paar große Industrie. Wir haben ein paar große. Wir haben natürlich die Werften in Mecklenburg-Vorpommern. Was bauen die so? Ja, momentan bauen sie insgesamt ein Kreuzfahrtschiff, die Global 1. Und da sieht es ein bisschen mau aus. Und die bauen auch so Kriegsschiffe, oder? Das sind nicht die drei Werften, sondern das ist die Werft in Wolgast. Die hat, die baut die militärischen Schiffe. Wolgast gehört auch zum Mecklenburg-Vorpommern. Ja, Wolgast gehört zum Mecklenburg-Vorpommern. Aber ich dachte, du meinst die Werftenstandorte der MV-Werften. Ich meinte jetzt alle Werften. Sollten Werften in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin Kriegsschiffe und Rüstung produzieren? Nein, da sind wir klar. Wir sind gegen die Kriegsschiffe, die gebaut werden. Und wenn sie auch eben nur für Patrouillenboote sind, da sind wir dagegen. Deswegen haben auch mit Wolgast geredet, auch mit den Betriebsräten, dass wir sagen, wir möchten nicht eure Arbeit abschaffen, aber wir möchten nicht, dass in Kriege in Mecklenburg-Vorpommern hier investiert wird und hier Kriegsschiffe gebaut werden. Und wenn sie Friedensschiffe bauen? Ach, was sind denn Friedensschiffe? Weiß ich nicht. Siehst du? Also Schiffe, die gebaut werden. Man kann ja auch Kriegsschiffe nutzen, um Frieden zu erhalten. Nein, das sind keine Kriegsschiffe. Denn Kriegsschiffe werden gebaut, um Kriege zu führen oder zu unterstützen. Und das wird es natürlich mit der Linken nicht geben, der einzigen Friedenspartei, die es hier gibt. Und wenn man ein Kreuzfahrtschiff hier baut, wie die Global One, das ist ja quasi auch eine Kriegserklärung an die Umwelt. Ja, da haben sie aber, also da müssen wir ja Stück für Stück gehen, die Global One ist natürlich schon wesentlich umweltfreundlicher. Aber nicht umweltfreundlicher. Nein, das stimmt, das ist es nicht. Aber nichtsdestotrotz sind sie ja dabei, dort Veränderungen vorzunehmen, haben sie auch mitbekommen vom Landtag. Sonst hätten sie eben auch nicht die große Förderung bekommen, dass sie da umweltfreundlicher werden müssen, wie jeder, jeder Industriezweig umweltfreundlicher werden muss und aufpassen muss, was es da noch so in die Luft letztendlich steigen lässt. Das ist aber eine Bedingung, die wir auch an die Werft stellen, dass eben hier umweltfreundlicher gebaut wird. Aber nicht freundlich? Na, erstmal umweltfreundlicher. Wir müssen ja in allem stückweise vorgehen. Ja, aber ihr wollt ja Klimaneutralität in einem V bis 2035, das heißt, die haben jetzt noch 14 Jahre Zeit. Ja, selbstverständlich. Aber die haben sie ja auch und die werden sie auch nutzen, denn an der Kreuzfahrtschifffahrt geht ja auch die Umwelt nicht vorbei. Das können wir ihnen ja nicht unterstellen, sondern die forschen ja wirklich und haben sich ja auch schon, ist ja gar kein Vergleich mehr zu den ersten Kreuzfahrtschiffen, die gebaut worden sind und die in Wismar eben, AIDA ist ja in Wismar gebaut worden. Das ist die Global One, ist jetzt zum Beispiel schon gar nicht mehr im Vergleich dazu. Also das entwickelt sich und für uns ist es wichtig, dass dort eben auch mit einem Klimagesetz, was wir ja vorantreiben möchten, dass das natürlich auch an der Kreuzfahrtschifffahrt nicht vorbeigeht. Kommen wir mal zum Klima. Der IPCC, der Weltklimarat hat vor wenigen Tagen gesagt, wir müssen, um das anderthalb Grad Werterwärmungsmaximum zu erreichen, bis 2026 unsere CO2-Emissionen gestoppt haben, auf Null runtergefahren haben. Ihr wollt bis 2035 das gestoppt haben. Ja. Warum nicht bis 2026? Warum folgt ihr nicht der Wissenschaft? Man kann sich ja auch immer hinter Wissenschaft verstecken. Also es ist ja wichtig, dass du von der Realität ausgehst und wenn ich von der Realität aus... Die Realität sagt 2026. Ja, wenn ich aber von der Machbarkeit ausgehe, dann ist 26 nicht zu schaffen. Wenn man es will, dann kann man es auch machen. Ja, aber... Weil wir so lange gewartet haben. Ja, wir müssen... Naja, das ist auch rausgemacht, weil es ja jahrzehntelang nichts gemacht worden ist. Aber ich glaube, du kannst das jetzt nicht mit der Brechstange machen. Vor allen Dingen musst du ja... Naja, weil es Einschränkungen wieder, glaube ich, für die Falschen geben würde. Du musst eben... Wo fangen wir an mit der Klimaneutralität? Da müssen wir ja erstmal gucken, dass wir die großen Konzerne zuerst ranbekommen. Und wenn das möglich ist, dass dort besser und umweltfreundlich gearbeitet wird, dann ist auch sicherlich schneller das möglich. Aber bis 26 sehe ich, mit meinem Wissen ist das nicht möglich. Das heißt, dann bleiben wir jetzt mal bei eurem Ziel, klimaneutral bis 2035. Das, keine Ahnung, für meine Eltern oder so, die haben ein Verbrennerauto. Können die sich jetzt noch... Sollten die sich jetzt noch ein Verbrennerauto leisten? Ich meine, das fährt ja auch so 50 bis 20 Jahre. Naja... Was würde Simone Oldenburg sagen? Es ist erstmal wichtig, dass wir nicht genau wieder bei den Falschen die Einschnitte machen. Also wenn deine Eltern sich... Aber gerade auf dem Land braucht man ein Auto. Wir brauchen aber zum Beispiel auch mehr öffentlichen Personennahverkehr. Dann sind deine Eltern auch nicht mehr so sehr auf das Auto angewiesen, wenn wir dann Busse und Bahnen haben, die wirklich jedes Dorf erreichen. Und vielleicht, was wir uns wünschen, im Einstundentakt fahren. Aber dann werden sie immer noch auf das Auto angewiesen sein und wir werden ihnen das Auto nicht wegnehmen. Und sie müssen das jetzt auch nicht umtauschen. Also das müssen sie für sich entscheiden, was ist ihr Beitrag für die Umwelt und was können sie auch sich leisten. Das ist ja auch ganz wichtig. Aber ab 2035 wollte das Verbrennerauto wegnehmen. 2035 sollte das dann vorbei sein mit dem Verbrennerauto. Aber das ist machbar. Sollen die sich jetzt noch einen Verbrenner holen? Wenn sie unfallfrei fahren, würde ich jetzt schon mal gucken, dass sie da... Wenn sie das dann bis 1935 fahren wollen, ich würde schon vielleicht nach Alternativen gucken. Was wärst du? Was ich fahre? Ein Diesel. Ist das letzte Diesel, den du fährst? Ja. Wir haben jetzt gerade überlegen, wir sind ja immer jedes Jahr dran hier mit einem neuen Auto. Was? Jedes Jahr ein neues? Ja, sind ja nur Leihfahrzeuge. Und da sind wir jetzt am Suchen, welche Möglichkeiten haben wir, eben andere Antriebe zu nutzen, die uns auch voranbringen, wo wir auch gucken. Wir sind ja wirklich viel mit dem Auto unterwegs und deswegen ist das wichtig, dass man auch eine Vorbildfunktion hat. Da hast du recht. Und wir dann auch gucken, was wir selber machen. So, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Warum habe ich in eurem Wahlprogramm das Wort Windkraft, Windenergie nicht gefunden? Das glaube ich nicht. Doch. Hast du nicht gefunden? Habe ich, die 82 Seiten habe ich durchgesucht. Sind das nicht nur 79 Seiten? Das Einzige, was ich gefunden habe, ist der Satz, Ausweisung von Windeignungsgebieten sollen schnellstens abgeschlossen werden, ohne Beteiligung der Öffentlichkeit einzuschränken. Das ist der einzige Satz zu Wind. Also wir haben das auch sogar als einen Schwerpunkt Klima und Umwelt und erneuerbare Energien in unserem Landtagswahlprogramm jetzt. Und deswegen weiß ich gar nicht, dass du das nicht gefunden hast. Ich weiß es ganz genau. Ja, ich weiß es genau. Ich weiß auch genau, dass das Wort Nord Stream 2 nicht auftaucht oder Erdgas. Also wir haben für uns, also wir haben knapp 1800 Windkraftanlagen in Mecklenburg-Vorpommern, die genehmigungsbedürftig waren. Ich selber lebe im größten Windeignungsgebiet von Mecklenburg-Vorpommern. Brauchen wir noch mehr Windräder? Naja, wir reichen noch nicht mit den erneuerbaren Energien zur kompletten Stromversorgung. Und da brauchen wir nicht nur Windräder, sondern wir brauchen den Energiemix. Wir brauchen auch eben Solarenergie, die ja eben sehr schlecht gefördert wird. Warum sagt ihr euren Wählern nicht, wir brauchen mehr Windräder? Steht nicht dran. Na, ich denke, wir brauchen nicht mehr Windräder. Wir müssen jetzt erst einmal die Windeignungsgebiete abschließen, weil es gibt ja auch das Repowering. Das heißt ja, die Windräder, die da sind, sind ja in der Lage, durch Umbau mehr Energie zu erzeugen als jetzt. Wir brauchen nicht mehr Windräder in einem MV? Nee, das habe ich jetzt nicht gesagt. Du hast gerade gesagt. Ich habe gesagt, wir brauchen mehr Windenergie. Und die kann ich auch... Vielleicht sind mehr Windräder, oder? Nein, wir können die Windenergie auch durch das Repowering erreichen. Du kannst ja aus einer alten Windkraftanlage, kannst du ja durch Erneuerung wesentlich mehr Energie letztendlich damit gewinnen als aus den alten. Und deswegen muss das erst einmal Vorrang haben. Und wir brauchen so viel erneuerbare Energien, wozu auch neue Windräder gehören. Aber das eine ist jetzt nicht, mehr Windenergie heißt nicht automatisch mehr Windräder, weil du, was ich gesagt habe, weil du es aus einem erreichen kannst. Aber es wird dazu führen, dass du mehr Windräder brauchst, natürlich, um dann auszusteigen aus der Energieförderung, die wir jetzt haben. Wir brauchen erneuerbare Energien. Wir brauchen den Mix und dazu gehört auch die Windkraft. Habt ihr ausgerechnet, wenn ihr klimaneutral bis 2035 MV machen wollt, wie viel mehr Windräder wir brauchen? Das kann ich dir nicht sagen. Aber wir brauchen deutlich mehr. Das kann ich dir auch nicht sagen, weil ich der Meinung bin, dass es nicht nur um Windkraft geht, sondern auch zum Beispiel um Solar, um Wasserstoff. Das ist alles nachzulesen bei euch, aber Windkraft scheint bei euch vernachlässigt zu werden. Das glaube ich nicht. Warum finde ich bei euch Nord Stream 2 nicht im Wahlprogramm oder Erdgas? Wir haben ja Nord Stream 2, haben wir eine klare Position dazu. Das seid ihr dagegen bestimmt, weil ihr seid ja für Klimaneutralität und gegen fossile Brennstoffe, oder? Ja, ja, wir haben aber trotzdem, können wir bis 2035 nicht auf Erdgas verzichten. Wer sagt das? Das sind die Studien, die belegen, dass wir nicht nur mit erneuerbaren Energien letztendlich zu Rande kommen. Und deswegen waren wir auch für den Bau von Nord Stream 2. Es gibt ja Nord Stream 1 auch schon. Genau, und die gibt es ja schon viel länger. Nord Stream 2 gibt uns kein Erdgas? Nord Stream 2 bringt, habe ich doch gesagt. Nord Stream 1 bringt ja auch schon Erdgas, reicht das nicht? Ja, das reicht nicht. Ach so, und die Studien, von wem kommen die? Da müsste ich nachlesen. Das sind alles Studien von den Erdgasbetreibern, von Gazprom und anderen. Nein, nein. Das wurde jetzt nachgewiesen. Wir wissen, dass wir nicht ausreichen mit unseren erneuerbaren Energien bis 2035. Bis 2035 können wir nicht aus erneuerbaren Energien unsere Energie letztendlich speisen. Und deswegen brauchen wir noch fossile Energie. Wir brauchen auf der einen Seite den Ausbau der erneuerbaren Energien, aber wir wissen, wie lange das dauert. Und so lange brauchen wir auch noch Erdgas zur Unterstützung unserer Energieversorgung. Aber wir bekommen jetzt ohne Nord Stream 2 schon Erdgas, korrekt? Wir bekommen ohne Nord Stream 2 Erdgas, ja. Warum brauchen wir jetzt noch mehr Erdgas? Na, wir bekommen nicht mehr Erdgas, sondern wir bekommen es über andere Anbieter letztendlich. Wir haben ja bis jetzt über die Ukraine das Erdgas bekommen, was wir jetzt über Nord Stream 2 bekommen. Und ich kann da wirklich nur, wir können nachher nochmal nachgucken, welche wissenschaftliche Studie das ist. Es gab gerade eine gute ZDF-Doku, die das aufgeschlüsselt hat, dass die Studien, dass es diese Pipeline benötigt, dass es eine neue Pipeline braucht, von der Erdgasindustrie selbst in Auftrag geschrieben wurde. Wir haben ja oft diejenigen, die... Auf die beruft sich ja die aktuelle Landesregierung. Dass du dich darauf berufst, ist ja interessant. Ja, aber du musst doch davon ausgehen, eine Pipeline, die zu 95 Prozent fertig gebaut war, warum soll die nicht fertig gebaut werden? Ist das nicht die größte Umweltsünde dann? Nee. Die war fertig, es fehlt ein paar... Da kommt ja Erdgas raus. Erdgas ist auch nachweislich genauso schädlich anhand des Methans wie Kohle. Das ist wichtig, aber wir brauchen trotzdem, kannst du nicht von heute auf morgen aussteigen und mit erneuerbaren Energien, die Energieversorgung hier bei uns im Land und überhaupt dann voranbringen oder letztendlich haben. Du brauchst immer noch bis 2035, so ist unsere Meinung, unsere Auffassung, brauchst du auch zusätzlich noch Erdgas. Aber es ist ja interessant, ihr fordert Klimaneutralität bis 2035. Von neuen Windrädern lese ich nichts, das traust du dir jetzt auch nicht zu sagen. Und ihr seid für Nord Stream 2, also eine Erdgas-Pipeline. Ja. Und Erdgas ist genauso schädlich wie Kohle. Also ich habe nicht gesagt, dass wir nicht mehr Windkraftanlagen brauchen, sondern das müssen wir genau sehen. Und ich denke, dass wir die erneuerbaren Energien nur mit mehr Windkraft hinbekommen, selbstverständlich. Das habe ich ja auch nie in Zweifel gezogen. Wir brauchen aber erst einmal die Windräder, die wir haben, dass die tatsächlich mehr Energie produzieren als die alten Anlagen, die umweltschädlicheren Anlagen. Wie gesagt, ich lebe da drin, ich weiß, wie es ist, die Windräder zu sehen. Und wir müssen natürlich dann auch dazu kommen, dass wir dann, wenn wir das Erd, also dass wir so lange überbrücken müssen mit Erdgas. Und ich glaube, es ist Augenwischerei, wenn wir sagen, wir brauchen dieses Erdgas nicht. Ich glaube, dann haben wir ein Energieproblem. Und wir können uns dann nochmal treffen und nochmal sagen, wer von uns beiden hatte jetzt recht? Simone oder Thilo? Das wurde ja schon recherchiert. Ja. Wer diese Studien, dass es mehr braucht, geschrieben hat. Naja, also das, du hast doch immer Studien, ich glaube, da geht es nicht nur um Erdgas, sondern du hast Studien immer von denjenigen, die natürlich auch etwas davon haben. Aber wir können uns noch einmal treffen und sagen. Du rufen uns ja beim Klimawandel auch nie auf Studien von Shell oder BP, oder? Nein, aber ich denke, ich denke trotzdem, dass es so ist, dass es so ist, dass wir, beweise mir, beweise mir wirklich in 10, 15 Jahren das Gegenteil, dass wir das Erdgas nicht mehr benötigen. Und dann treffen wir uns, dann komme ich auch nochmal hin. Ja, aber du behauptest ja, dass wir diese neue Pipeline brauchen. Diese neue Pipeline brauchen wir, so ist unsere Auffassung, dass wir unsere Energieversorgung sicherstellen können. Gibt ja diese umstrittene Umweltstiftung, wo mit 200.000 Euro die Landesregierung eingestiegen ist und 20 Millionen Euro von Gazprom kommen, würdet ihr die Stiftung dicht machen? Na jetzt im Moment nehmen wir... Das Ziel dieser Stiftung ist ja die Fertigstellung von Nord Stream 2. Na das Ziel dieser Stiftung ist auch, Umweltprojekte in Mecklenburg-Vorpommern zu forcieren, die wir brauchen. Das sind jedes Jahr zwei Millionen Euro. Und diese Projekte für Umweltpolitik brauchen wir. Und dann sehen wir weiter, wie wir mit dieser Stiftung umgehen, wenn wir denn 2035 nicht mehr auf das Erdgas angewiesen sind. Aber diese Stiftung wird zu 99 Prozent von Gazprom finanziert. Die willst du weiterführen? Na wir haben... Wenn du in die Regierung kommst. Wir haben... Ja natürlich führen wir das erst einmal weiter. Eine von Gazprom finanzierte Stiftung? Wir haben ja auch als Fraktion jetzt dafür gestimmt. Also wir haben ja dafür gestimmt, dass wir diese Umweltstiftung haben, um Umweltprojekte dann letztendlich durchzusetzen. Die heißt Umweltstiftung ist aber eine Erdgasstiftung. Das widerspricht sich. Das widerspricht sich nicht. Das ist auch keine... Natürlich wird es oder es wird von Gazprom zum Teil mitfinanziert. 99 Prozent. Es bringt jetzt für diese Zeit, für die wir auch noch auf das Erdgas angewiesen sind, bringt es Geld für Umweltprojekte in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann, wenn wir auf das Erdgas nicht mehr angewiesen sind, wenn wir auf Gazprom nicht mehr angewiesen sind, dann werden wir auch auf diese Stiftung logischerweise nicht mehr angewiesen sein. Die Schlussbemerkung in eurem Wahlprogramm ist auch toll. Nehmen Sie uns beim Wort. Das heißt, wenn die Wörter Nord Stream 2 und Windkraft, Windenergie nicht drin sind, dann brauche ich euch da nicht beim Wort nehmen. Naja, das Wahlprogramm ist ja nicht allumfassend für alles. Da wirst du auch weitere Begriffe finden, die nicht da drin sind. Aber Nord Stream 2 ist das politische Thema, was auch in die Bundespolitik ausstrahlt. Und wenn das bei euch fehlt, ist schon interessant. Ja, aber Nord Stream 2 wird fertig gebaut und Nord Stream 2 benötigen wir so lange, bis die fossilen Energien soweit ausgebaut sind, dass wir darauf verzichten können. Und da weiß ich nicht, was es dann ausmacht, ob du jetzt diesen Begriff Nord Stream 2 hörst. Es ist auf einem unserer Wahlplakate, ist Nord Stream 2, wird in Vorpommern auch plakatiert, dass wir natürlich an Nord Stream 2 so lange festhalten, wie wir diese Energie brauchen, wie wir das Erdgas brauchen. Und das heißt, uns beim Wort zu nehmen, wir bekennen uns ja dazu, dass wir sagen, diese Pipeline-Mustre zu haben und beides. Aber du kannst das nicht gegeneinander stellen. Nein. In der Klimakatastrophe muss man das gegeneinander stellen. Wir brauchen so lange, wie wir das benötigen, das Erdgas, um die Energieversorgung wirklich sicherzustellen, so lange brauchen wir Erdgas. Und dann kann ich nicht sagen, ja oder nein. Das ist etwas, was für mich unredlich ist. Wie soll denn die Energie erzeugt werden, wenn es jetzt nicht möglich ist und wir auf Erdgas angewiesen sind und wir dieses Erdgas nicht nehmen? Ja, das Erdgas fließt ja jetzt schon ohne 1920. Warum? Ja, aber wenn wir es brauchen, dann kann ich es doch nicht abstellen. Ja, dass ihr es braucht, kommt von der Industrie selbst. Die sagt euch, dass sie es brauchen. Guckt ihr dieses ZDF-Doku an. Ich gucke mir das ZDF-Doku an, aber nichtsdestotrotz brauchen wir. Das ist sogar eine Doku, das ist aufgeschlüsselt. Da brauchen wir aus unserer Sicht, aus Sicht meiner Partei, so lange noch Erdgas bis die Fossilen. Genügend, haben wir geklärt. Zum Schluss, ihr wollt, Mecklenburg-Vorpommern, zum Test Bundesland für die Cannabis-Legalisierung machen. Ja. Warum? Na, weil wir Cannabis oder Cannabis aus der Legalität herausholen wollen. Könnt ihr das hier ohne Bundesgesetzgebung? Na, wir haben ja, du kannst ja im Land, kannst du ja, es gibt ja vier verschiedene, oder es gibt vier Länder, glaube ich, da haben wir eine Freigabe von, ich glaube, bis 15, also wir wollen 15 Gramm straffrei. Und ich glaube Bremen, Bremen hat das, Berlin ist, glaube ich, auch. Und man kann es mit dem Bund zusammen versuchen und wir sind dafür die Freigabe, also zuerst natürlich aus medizinischen Zwecken, weil es ja viel erleichtern kann. Aber letztendlich ist es ja eine Droge oder eine Möglichkeit, diese aus der Illegalität herauszuholen und auch letztendlich zu entkriminalisieren. Aber ihr könnt Cannabis natürlich selbst nicht legalisieren, aber ihr könntet die Polizei anhalten und das LKA nicht zu ermitteln. Genau, also dass man dann eben auch sagt. Das wollt ihr machen? Das würdet ihr am Koalitionsvertrag darauf festhalten, oder was? Naja, wir müssen ja gucken, wenn wir den Koalitionsvertrag dann haben, dann ist das für uns eine wichtige Forderung, die wir auch schon sehr lange als Partei haben. Dass der Innenminister oder die Innenministerin dann sagt, Polizei, hört auf, euch auf Cannabis zu konzentrieren und die Kiffer zu jagen. Das steht denn da drin? Na, vielleicht finden wir bessere Worte. Gut. Und letzte Frage. Ist es besser, nicht zu wählen, am 26. September als AfD zu wählen? Es ist ganz wichtig, seine politische Meinung zu äußern und noch wichtiger ist es, die Linke zu wählen, damit in diesem Land hier was vorankommt. Das war nicht die Frage. Ist es besser, nicht zu wählen, als eine rechtsextreme Partei zu wählen? Du bist eine Antifaschistin. Ich bin eine Antifaschistin. Ich kann mir nicht vorstellen, eine rechtsextreme und rechtsorientierte Partei zu wählen. Das war nicht die Frage. Es gucken hier Leute zu, die vielleicht überlegen, entweder gar nicht zur Wahl zu gehen oder dann doch die AfD zu wählen. Was sollen sie machen? Ich möchte das Wahlverhalten der Menschen nur beeinflussen dadurch, dass ich sage, entscheidet euch für die Linke. Und ich glaube, es ist, wenn wir die AfD so pushen, indem wir sagen, geht sie nicht wählen, ich glaube, das ist etwas, was sie nur nach vorne bringt. Sondern entscheidet an dem, was die AfD in Mecklenburg-Vorpommern geleistet hat, ob es sich lohnt, diese Partei zu wählen. Und sie haben nichts zustande gebracht, also lohnt es sich nicht, sie zu wählen. Ist die AfD für dich eine antidemokratische Partei? Ich empfinde sie als eine antidemokratische Partei. Also du möchtest nicht sagen, dass man sie nicht wählen sollte? Weil ich, nein, ich gehe nicht in, ich möchte nicht für die Wählerinnen und Wähler entscheiden, ob sie AfD wählen oder nicht. Sollst du doch gar nicht, aber du kannst eine Empfehlung ausgeben. Ja, ich gebe die Empfehlung aus, die Linke zu wählen. Gut. Simone, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt kommt Hans mit Fragen, wir kooperieren unter anderem mit Katapult-MV. Genau. Die haben uns ein paar Fragen mit an die Hand gegeben und was ihr so auf Twitter von Simone wissen wollt. Los geht's. Ja. Ich hole mir erstmal. Ja. Ja. Ready? Felix möchte wissen, bist du eine Lifestyle-Linke? Nein. Daran anschließend fragt Thomas, wie stehst du zu Wagenknecht und Lafontaine? Ja, ich stehe dazu, dass das zwei Genossinnen von uns sind, die zu unserer Partei gehören, wie jeder andere Genosse auch. Wir sind eine pluralistische Partei und ich bin natürlich gegen einen Ausschluss von Wagenknecht oder auch von Lafontaine, sondern sage, mit diesem Pluralismus müssen wir umgehen. Christoph Köster sagt, im Landtag hat Rot-Rot eine Mehrheit, rechnerisch. Wieso regiert die Linke nicht mit? Wurde diese Mehrheit jemals für irgendetwas ausgenutzt oder eingesetzt? Wir haben keine Mehrheit. Rot-Rot hat keine Mehrheit im Landtag. Hat Christoph sich verrechnet? Ich habe jetzt die Zahl nicht präsent. Okay. Macht ja nichts. Ich habe ja über das Bildungssystem geredet. Das wird ihn jetzt freuen. Da hast du einen neuen Fan gewinnen. Gesundheit, Simsalabim fragt, mit welchen Mitteln will die Linke die Gesundheitsversorgung umstellen? Wiedereinführung des Gewinnverbots, das bezieht sie vermutlich auf die Krankenhäuser. Also wichtig ist, dass wir von dem Abrechnungssystem, was wir jetzt haben, wegkommen. Das ist ganz wichtig. Und weil ja zum Beispiel bei den Kindern, die Kinderstationen werden ja geschlossen, weil Kinder sich nicht rechnen. Also wir brauchen ein anderes Modell der Abrechnung als das, was jetzt existiert. Und letztendlich müssen alle Krankenhäuser zurück in öffentliche Hand. Denn Gesundheitswesen ist Daseinsvorsorge und das gehört in öffentliche Hand. Das ist auch einer der Katapultfragevorschläge. Entprivatisierung der Krankenhäuser, das ist ja das Stichwort. Aber wie? Wie macht man das? Ja, indem wir eine Krankenhausgesellschaft gründen und Stück für Stück zuerst in jedem Landkreis ein Krankenhaus zurück in öffentliche Hand führen. Ein Anfang ist jetzt zum Beispiel auch im Landkreis Ludwigslust-Parchim gemacht. Das geht. Du musst aber immer gleichzeitig auch die Finanzierung sicherstellen. Und das sind ja ein paar Millionen, die so ein Krankenhaus dann kostet, wenn du es aus der Privatisierung herausholst. Wie kann verhindert werden, dass Milliarden an Kassenbeiträgen am Ende in privaten Aktionärstaschen landen? Ja, durch die Rückführung in öffentliche Hand. FBM, Thema Corona. Die Landesregierung hat in der zweiten und dritten Corona-Welle sehr schlechtes Bild abgegeben. Warum ist es der Partei Die Linke nicht gelungen, die Regierung zum Schutz der BürgerInnen stärker vor sich herzutreiben? Doch, wir haben sehr gut dort gearbeitet und sie haben in der zweiten Welle auch keine schlechte Figur abgegeben. Wir müssen immer davon ausgehen, dass es keine Blaupause gibt für Corona und dass es für alle das erste Mal gewesen ist, damit umgehen zu müssen. Das ist gelungen und da haben wir maßgeblich das beeinflusst. Und uns ist es zum Beispiel gelungen, ein 25-Millionen-Euro-Pool bereitzustellen. Da sind sie uns gefolgt, die Regierung. Ein Sozialfonds eben um zum Beispiel für die Künstlerinnen und Künstler, um das sie überleben können in dieser Corona-Krise. Also wir haben da sehr deutlich Spuren hinterlassen. Eben auch, was Schulöffnungen nachher betraf und auch die Impfkampagne. Also das ging zusammen mit der Regierung gut. Jan Main, wie stehst du zum Schutz der Kinder und Jugendlichen bezüglich der Corona-Pandemie? Impfen? Ja? Nein? Mein Sohn ist geimpft, aber letztendlich, wir haben keinen Impfzwang und das ist auch gut so. Und deswegen ist es wichtig, dass Eltern aufklären, dass Eltern aufgeklärt werden und dass jeder für sich sagt, mein Kind wird geimpft, mein Kind wird nicht geimpft. Wir wissen, dass die Krankheitsverläufe bei Kindern relativ glimpflich vonstatten gehen, aber nichtsdestotrotz ist es in der Pflicht jeder Mutter, jedes Vaters zu wissen, was mache ich mit meinem Kind. Dazu die Nachfrage, wie ist deine Haltung zu der neuen Corona-Regel in Schulen? Da gibt es ja keine Quarantäne mehr für Mitschüler bei Infektionen. Ja, das war überfällig. Es wurden ja immer ganze Klassen in die Quarantäne geschickt und jetzt werden nur noch die Infizierten in die Quarantäne geschickt und alle anderen werden täglich getestet. Das darf man jetzt nicht unterschlagen, also das tägliche Testen. Aber damit steigt im Zweifelsfall das Ansteckungsrisiko durch infizierte Kinder gegenüber Erwachsenen, Eltern oder anderen, die vielleicht, wo dann auch wieder härtere oder schwerere Verläufe zu befürchten sind? Nee, das ist nicht so, weil sie ja täglich getestet werden. Also da ist nicht alle zweimal die Woche, sondern tägliches Testen und da hat man ja jetzt anderthalb Jahre gelernt. Conny fragt, wie wird die Qualität der Kitas kontrolliert? Ja, das ist ein großes Problem in Mecklenburg-Vorpommern. Wir brauchen wesentlich mehr Erzieherinnen und Erzieher, um die Qualität zu steigern in der Kindertagesstätte. Das wird über die Kreise kontrolliert und es gibt eben auch eine Bildungskonzeption, 0- bis 10-Jährige, die eingehalten werden muss, die umgesetzt werden muss. Das ist auch Qualität und das wird auch am Ende des Jahres immer dann abbrechenbar dargestellt. Dazu eine Katapultfrage. 1000 neue Lehrkräfte fürs Land, aber was ist mit den Hortbetreuerinnen? Die fehlen in den kommenden fünf Jahren nämlich auch und fallen nicht unter Lehrkräfte. Nee, aber unter Erzieherinnen und Erzieher. Und auch da haben wir ja unsere Forderung nach einem besseren Betreuungsschlüssel für Kita, für Krippe und für den Hort und eben auch die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher, dass wir mehr Ausbildung brauchen an den staatlichen Schulen, dass wir eine Ausbildungsplatzplanung brauchen. Wenn wir die Planung haben, dann können wir die Erzieherinnen und Erzieher ausbilden und damit auch die Horterzieherinnen. Noch mal eine ganz praktische Frage von Conu. Thema Zähneputzen in Kitas und Kindergärten. Sollte im Sinne der Kinder das für alle Kitas verpflichtend sein? Ja, ich bin für ein verpflichtendes Zähneputzen bei den Kindern. Wir haben einen ganz schlimmen Zahnstatus bei vielen Kindern. Wenn die Untersuchungen dann ab der ersten Klasse erfolgen, müssten ja eigentlich jährlich erfolgen, wird aber nicht gemacht. Aber wir haben dort sehr große Nachlässigkeiten und deswegen kann man das, wenn man sich ja sowieso nach jeder Mahlzeit die Zähne putzen sollte, muss man das natürlich auch im Kindergarten tun. Dann seid ihr keine Fährboots-, sondern eine Geburtspartei in dem Punkt. Thema Klima von Chris. Wie stehst du zur Geothermie in Schwerin und wie sind die Pläne für zukünftige Förderung regenerativer Energien? Den zweiten Teil habt ihr schon drüber gesprochen, aber konkret Geothermie? Naja, wir haben, also in Schwerin, kannst du nochmal die Frage bitte? Wie stehst du zur Geothermie in Schwerin? Ja. Also Erdwärme. Ja, 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 ja. Also wir müssen jetzt gucken. Wir haben ja jetzt ganz viel schon über Energiegewinnung geredet. Für mich ist ein neues wirklich das Feld, was wir aufbereiten müssen und wo wir noch ganz großen Bedarf haben in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir auf dem richtigen Weg sind, ist eben Wasserstoff. Und da können wir, glaube ich, ganz viel mitmachen. Also Geothermie ist eher Randbaustelle, ja? Ja. Umwelt Agro-Telm. Wie steht die Linke, also du konkret, zu Moor und Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern? Gibt es Pläne, die katastrophale Unterfinanzierung von Naturschutzverbänden anzugehen? Ja, wir haben, also wir streiten für eine bessere Finanzierung und eben auch für mehr Moorgebiete, weil wir ja damit auch die Stickstoffbelastung senken können. Es gibt Mooraktien in Mecklenburg-Vorpommern, das ist eine Möglichkeit, aber hier haben wir noch Bedarf. Und das haben wir für uns als ein Thema wirklich erkannt, dass wir bei den Mooren noch wesentlich mehr… Stärkere Wiedervernässung, das ist auch eine Frage, ist Teil des Programms. Digitalisierung, Daniel Kersten möchte wissen, wie stehst du zur Digitalisierung in MV? Was sind die nächsten notwendigen Schritte aus eurer Sicht? Da sind wir ein Entwicklungsland in der Digitalisierung, da sind wir wirklich hinterher und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eine Digitalisierungsstrategie brauchen fürs gesamte Land, wo dann auch die einzelnen Politikbereiche, die einzelnen Felder eine Rolle spielen. Also gerade in einem Flächenland ist Digitalisierung gar nicht mehr wegzudenken, aber wie gesagt, das steht in den Kinderschuhen und wir müssen jetzt ausbauen. Wir brauchen auch eben an den Schulen wesentlich mehr Möglichkeiten, nicht nur wegen einer möglichen neuen Welle, sondern ganz einfach, weil wir dort noch in der Kreidezeit hängen geblieben sind. Thema Rechte. Christoph Köster fragt, was kannst du sagen zur Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschuss NSU? Welche Rolle spielt MV dabei? Welche Missstände und Fehlverhalten gab es bei der Polizei? Wurde das abgebaut? Also dieser NSU-Untersuchungsausschuss, der läuft ja seit einigen Jahren. Wir waren ja das letzte Bundesland, was dann überhaupt in die Puschen gekommen ist. Wir haben da sehr drauf gedrungen und der Untersuchungsausschuss ist noch längst nicht am Ende. Das heißt also, wir müssen unbedingt den in der nächsten Legislaturperiode weiterführen, weil noch so viel im Argen liegt. Welche Rolle Mecklenburg-Vorpommern, welche Rolle der Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommerns eben auch bei dem gesamten NSU-Komplex gespielt hat, da ist noch nicht Licht im Dunkel. Plump Butterfly, ganz anderes Thema Verkehr, war letzte Woche mit Öffis in Vorpommern unterwegs. Soll etwa auch der Letzte gezwungen werden, sich ein Auto zu kaufen und sich im Stau zu stellen und obendrein diese Mondpreise? Ja, deswegen ist es ja für uns als Partei wichtig, dass wir den ÖPNV und den SPNV, also auch den Schienenpersonennahverkehr ausbauen. Und da haben wir einen Mobipass für uns entwickelt, was man eben bezahlen muss für Kinder, Jugendliche, für Rentnerinnen und Rentner kostenlos. Aber wir brauchen einen Mobipass, das heißt, du bezahlst weniger, Geld kommt rein, mehr Busse auf die Straßen, mehr Züge auf die Schienen und wir möchten in den Hauptverkehrszeiten im Stundentakt fahren und am Abend dann in den Randzeiten im Zwei-Stundentakt. Also für uns ist ganz wichtig, dass der ÖPNV ausgebaut wird und eben das Auto stehen gelassen werden kann. Was kostet das? Das kostet 60 Millionen, 60 bis 80 Millionen im Jahr. Ganz wichtig eben auch dieses Rufbussystem bei uns. Das gibt es in einigen Landkreisen schon und ist hervorragend. Chronicle zum Thema soziale Gerechtigkeit, Lohn und Steuern. Ab welcher Bemessungsgrenze beginnt für dich der Lohn der Reichen? Na wir möchten besteuern, also die Vermögensabgabe ist das eine, das betrifft nur die Millionäre und da eben auch bei einem Nettovermögen von zwei Millionen Euro zu ein zu besteuerndes Vermögen bei 70.000 Euro zu versteuerndes Vermögen, dann mit dem Steuersatz von 53 Prozent. An Schlussfrage, wie erklärst du dir dann eigentlich, dass hierzulande gut ausgebildete Kräfte, zum Beispiel Ärzte, gerne aus Deutschland abwandern? Zahlen die nicht jetzt, so lautet die Frau glaube ich im Klartext, zahlen die nicht jetzt schon zu viel Steuern? Warum Ärzte abwandern? Also das weiß ich nicht, ich glaube aber nicht, dass Ärzte zu viele Steuern zahlen, sondern dass es eher die Arbeitsbedingungen sind, die die Ärzte hier weglaufen lässt. Das ist das ganze Bereitschaftssystem, was in Mecklenburg-Vorpommern und auch in Deutschland überhaupt nicht funktioniert. Und dann noch ein kleines Fragetrio zu dem Thema, was ihr am Anfang schon hattet, Stichwort Rechtsstaat. Gab es in der DDR unabhängige Justiz? Ich denke, die Justiz in der DDR war nicht unabhängig. Gab es in der DDR die Möglichkeit des politischen Machtwechsels friedlich durch allgemeine, freie, gleiche und geheime Wahlen? Nein. Gab es die unabhängige Kontrolle der Exekutive durch die Legislative und durch Gerichte? Nein, aber auch jetzt hat die Gewaltenteilung ihre Grenzen, hat immer Grenzen. Aber wenn es diese ersten drei Dinge nicht gab und das sind alles zentrale Definitionselemente des Begriffs Rechtsstaat, dann kann man oder könntest du eigentlich nur feststellen, die DDR war kein Rechtsstaat, so wenig man bei einem Gefährt ohne Motor, Getriebe, Räder und Lenkrad sagen könnte, das ist ein Auto, oder? Nein, also die DDR, in der DDR, wiederhole ich gerne nochmal, ist Unrecht geschehen, aber auch die Prinzipien der Gewaltenteilung, wenn sie nicht komplett umgesetzt werden, dann ist das noch keine Grundlage dafür, dass es sich um einen Unrechtsstaat handelt. Ich habe nicht das Wort und das war auch nicht in der Frage, das war jetzt nicht irgendein Stöckchen, sag mal Unrechtsstaat, aber es war eben, die DDR war eben auch kein Rechtsstaat, richtig? Es gab in der DDR Unrecht. Ja, aber Entschuldigung, da möchte ich dich doch, du hast von wirklich drei zentralen Säulen, die Rechtsstaat ausmachen, die waren alle, sagst du, nicht da, dann ist doch die logische Konsequenz, sie war kein Rechtsstaat. Ich hatte jetzt die Möglichkeit zu antworten mit Ja oder Nein, es war letztendlich nicht vollständig gegeben, trotzdem war die DDR kein Unrechtsstaat. Habe ich auch nicht gefragt. Simone, danke schön, danke für deine Zeit, die Antworten, danke für euer Interesse. Wer dieses Format unterstützen möchte und es gibt es nur, durch eure Unterstützung weiß, wie das geht. Diejenigen, die das im vergangenen Monat getan haben, könnt ihr jetzt namentlich im Abspann nachholen. Tschüss. Wir sind ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018